Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind tatsächlich live und ich sehe, das Erste, was passiert ist, ist, dass alle Namen falsch sind. Das ist doch schon mal großartig. Super. Ich freue mich. Dann versuchen wir es so. Ah, und jetzt sind alle Namen wieder richtig. Es ist unglaublich. Ja, Carla Paul hieß ganz kurz Martin Moder, aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Ja, ich stelle einmal vor und habe wie immer das Problem des Linksen und des Rechtsens. Hier ist Carla Paul, eine Dame, die ich schon sehr lange kenne und ganz großartig finde, was sie macht und wie du dich um Bücher und um Autoren und all das bemühst. Ganz, 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 ganz großartig und danke nochmal, dass ich bei dir auch zu Gast war. Das ist die Revanche. Hier. Ja, nicht direkt. Also eigentlich eher so hier. Also aus meiner Perspektive. Nee, falsch. So da. Ja, genau. Genau. Sitzt oder steht. Ich weiß es nicht genau. Christian von Aster, Gesamtkunstwerk, nebenbei auch Autor. Und ihr beide seid heute deswegen da, weil ich finde, ihr seid beide Par excellence Beispiele dafür, was man als Autorin so im Netz alles treiben kann. Oder was man vielleicht auch lässt. Nee, dafür bin ich eher das Beispiel. Carla, wie hast denn du den Weg ins Netz überhaupt gefunden? Wie lange ist das her und was war da deine erste Aktion? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Oh Gott, das ist echt schon fucking lange her. 2006. Also ich habe ja Mediendesign studiert und dann hat man zum Journalismus noch alles das gelernt bekommen, was eigentlich da jetzt in deinem Studio steht. Und ich wollte halt programmieren lernen und alles so, da hatte ich echt einfach früh schon den richtigen Riecher. Und hatte mir dann, und dann sollte man zum Studium eine Praxisarbeit abgeben und eine Webseite programmieren, möglichst viele bearbeitete Medien da einfügen. Und dann habe ich einen Podcast ins Leben gerufen, der hieß Buchkolumne und eine Webseite, die hieß Buchkolumne. Und damit hat alles angefangen. Und dann war natürlich klar, dass auch halt sobald irgendwie ein neues Netzwerk kam, ich auch da versucht habe, irgendwie auf Bücher aufmerksam zu machen. Und du hast den Namen Buchkolumne wirklich durchgezogen. Ich glaube sogar die Mailadresse, an die ich schreibe, heißt so, oder? Alles heißt so genau, was jetzt im Nachhinein wäre es, glaube ich, sinnvoller, manche Accounts hätten einen Klarnamen. Aber darunter ist man ja dann auch zu finden. Also Tipp... Tipp 1? Ich kann mir so ein Lichtchen bitte machen. Tatsächlich rechtzeitig auch auf jeder Plattform den Klarnamen oder den Künstlernamen sichern, weil die gibt es zum Beispiel bei Instagram jetzt leider nicht mehr. Okay. Genau. Dieses Problem hatte auch Christian von Asta Sonnenblume 321. Dein Name war leider schon weg. Unterstrich. Genau. Christian Picacho von Asta. Der war noch frei. Das finde ich toll. Wie hast du deinen ersten Weg ins Internet gefunden? Tatsächlich aus der Not heraus. Ich war ja vor allem über Lesungen präsent und habe eine Community gehabt, die sehr dezentralisiert gewesen ist. Das heißt, über große Verlage, große Auflagen. Ich hatte kein großes Medium, um Leute zu erreichen. Und meine Homepage vernachlässige ich sträflich. Das wird mir regelmäßig gesagt. Dementsprechend war Social Media der Schlüssel für eine direkte Kontaktaufnahme letzten Endes. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich mein Studium im Gegensatz zu Carla abgebrochen habe. Sonst wäre ich da effizienter und klüger zu Werke gegangen. Ach, ich glaube, du machst das alles gar nicht so dumm, ehrlich gesagt. Aber dazu kommen wir gleich. Du hast nämlich ein ganz wichtiges Stichwort gesagt. Website. Da höre ich Verschiedenes. Und ich zum Beispiel habe inzwischen oder glaube festgestellt zu haben, dass das gar nicht wirklich so relevant ist, mehr eine Website zu haben. Da werdet ihr vielleicht auch eine andere Meinung dazu haben. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe irgendwann dann einfach von tommykrapweis.de und allem einfach auf das jeweilige Facebook-Profil umgeleitet, wo einfach die neuesten Sachen stehen, weil ich einfach nicht diese Arbeit investieren kann, gleichzeitig auch noch den ganzen Mist nochmal in eine Website einzutragen, die von, was weiß ich, zehn Leuten vielleicht im Monat gesehen wird, im Gegensatz zu den Social Media Accounts. Oder, Carla, was meinst du? Du bist bestimmt ganz anderer Meinung. Ich bin ganz anderer Meinung. Sehr gut. Finde ich aber tatsächlich nicht richtig, weil im Prinzip ist deine Homepage ja deine Internetvisitenkarte so ein bisschen. Das ist auch so dein Zuhause. Da kannst du machen, was du willst. Das kann dir im Prinzip natürlich die sozialen Netzwerke ändern, ihre Regeln. Die löschen mal deine Inhalte, die sperren deinen Account und dann ist das alles weg. Auf deiner Webseite kannst du immer, das muss ja nichts sein, was man ständig aktualisiert, aber die wichtigsten Infos können da draufstehen. Ich stelle es auch oft fest, wie wichtig das ist für Presse. Die gucken da drauf. Ich habe das Material hochgeladen. Die nehmen sich da Lebenslaufbilder. Ganz viele gucken da. Das ist ja auch so ein bisschen zum Angeben. Wann sind die nächsten Termine? Was hat die Presse schon so geschrieben? Und, und, und. Also ich kriege es leider auch nicht so oft hin, wie ich es gerne hätte, es up to date zu halten. Aber ich halte es grundsätzlich schon für sehr wichtig, dass man da irgendwie drüber erreichbar ist. Weil es gibt ja auch immer noch Veranstalter oder Pressemenschen, die nicht auf Facebook sind oder nicht mehr auf Facebook sind und Co. und einen dann auch irgendwie erreichen wollen. Also ich stelle fest, dass die Leute sich sehr, sehr viel bei Wikipedia informieren. Einfach, wo ich ja das Glück habe, dass es da einen Eintrag gibt. Das ist ja nicht bei jedem der Fall. Da habe ich Glück gehabt, dass es den gibt. Und der ist auch ganz anständig und wird auch von Leuten gepflegt, die ein bisschen wenigstens wissen über mich, was echt super ist. Und da habe ich den Eindruck, haben die meisten Leute Sachen. Ja, weil wenn ich in Interviews gehe oder so, dann merke ich immer, das sind dann diese Textbausteine, die ich aus Wikipedia kenne. Moment, ich möchte doch auch, also ich habe auch noch Tube und Senf. Also während nämlich Carla anderer Meinung ist, bin ich anderer anderer Meinung. Ja, ja, es wäre ja töricht, mir Carlas Worte so zu Herzen zu nehmen und eingestehen zu müssen, wie undiszipliniert ich bin und es nicht hinbekomme. Ja, ja, auf dem Weg war ich auch gerade, ich wollte gerade widersprechen, aber mach du das gerne. Lass mich das machen, du hast ja vorhin schon deinen Mann. Richtig. Jawohl. Und zwar ist es meines Erachtens wichtig, also das, was Carla sagt, ist vollkommen richtig, so kriegt man es auch gesagt, so lernt man es auch. Aber es kommt ein bisschen darauf an, was für eine Community man hat, meines Erachtens. Und ich, also ich erreiche wesentlich weniger Leute als ihr, aber ich erreiche die Leute gezielt, denke ich, über Social Media. Worum es geht letzten Endes, ist eine Internetpräsenz, die man hat und ein Profil, das man hat. Ein klares Profil und eine Präsenz kann eben sowohl das eine als auch das andere sein. Ich vermute auch, dass mir das eine oder andere seriöse Angebot entgeht und ich vernachlässige sträflich einen Mann, der mir all diese Sachen bastelt im Netz. Und ich würde ja auch gerne, aber ich habe so eine Ausrede dafür, dass ich es nicht tue. Also ich bin überwiegend wirklich eben auf Facebook und Instagram präsent, weil es für mich eben auch das Einfachste ist. Aber diese Verlinkung von der Homepage mit der Facebook-Seite, das scheint... Also ich muss dazu auch noch was einwerfen. Ich glaube, dass es bei mir nochmal speziell ist, weil bei mir ja viele Projekte dann schon jeweils auch wieder eine eigene Präsenz irgendwo haben. Also natürlich kann ich jetzt auf Tommy Krabweiß, Gesamtkunstwerk irgendwo eine Page hinmachen und sagen, schaut mal, was ich quasi alles mache und die Firma auch nochmal und das noch und das noch. Aber das wirkt immer alles so wahnsinnig zerfasert, weil ich halt so viele Dinge tue. Und ich tue mir da ein bisschen schwer. Ich glaube, dass das für Schreibende, die sagen, ich bin ein Autor, ich schreibe Bücher, hier sind meine Bücher, kann ich mir das schon viel sinnvoller vorstellen. Aber vielleicht für so Multimedia, Hans Dampf in allen Gassen wie ich bin und wie du, Christian, vielleicht ja auch auf der Art bist, weil du auch so viele Sachen machst, weiß ich gar nicht. Wenn die Page nicht Ausdruck der Persönlichkeit auch ist, sondern nur so ein Landepunkt, vielleicht... Ich finde es schön, dass du es Persönlichkeit nennst, weil diese Vielfalt ist ja dann mitunter auch für Menschen irritierend. Aber da kommt Social Media einem, glaube ich, entgegen, weil man hat eine Idee und man tut sie raus. Und auf die Homepage würde sie im Zweifelsfall gar nicht immer passen. Die Caddy Corsair schreibt, die Homepage ist die am wenigsten gepflegte Stelle bei den meisten. Ich glaube jetzt nicht, sie meint jetzt nicht körperlich, sondern tatsächlich in der Außenwirkung. Und je länger wir beide drüber reden und ich die Carla so angucke, stelle ich fest, ich glaube, vielleicht hat sie doch recht. Ich kenne jetzt, ich kenne deine körperliche Homepage nicht, aber ich würde das jetzt auch gerne bei Paula hören. Ja, Carla. Ja, ich finde, man macht es halt einmal, man kann es ja einmal machen. Man muss ja gar nicht alles Neue immer draufstellen, nur die Grundinfos oder so. Aber ich finde, das ist halt die Chance. Da hast du die Chance, deine Inhalte selbst darzustellen und ein eigenes Bild von dir zu schaffen. Auf den sozialen Kanälen gibt es ja nicht nur deine Inhalte über dich selbst, sondern auch noch die von allen anderen Menschen. Die Kommentare, die Bilder, auf denen du getaggt wirst und, und, und. Und die Homepage ist ja der einzige Bereich, den wirklich du ganz allein bestimmen kannst. Wo du sagen kannst, okay, die drei Verfilmungen fand ich vielleicht ziemlich kacke, die lasse ich mal weg. Ja, verstehe. Und ich will ja, dass die Informationen oder das, wie ich es sehe, wie ich es gestalten will, auf dem ersten Rang stehen und nicht Inhalte, die von den anderen über mich bestimmt werden. Aber dann muss ich doch irgendwie Geld investieren, damit das Ding bei den Google-Suchergebnissen noch irgendwo oben auftaucht, weil das tut es ja nicht einfach so. Doch, wenn du, wenn das ja deine originale Homepage ist und für Google klar ist, dass das die, dass das von dir eine Seite über dich ist, dann rankt die die normalerweise automatisch am höchsten, wenn man die richtigen Einstellungen hat. Und du kannst sie ja mit all deinen sozialen Kanälen verbinden, dann wird das für Google immer authentischer. Und dann sehen sie, ah, okay, so und so viele Seiten über Tommy Krabbeis linken alle auf diese eine Hauptseite. Das ist dann die Mutterseite sozusagen. Und dann ist auch klar, dass das die wichtigste Seite über Tommy Krabbeis ist und die wird dann auch am besten gerankt. Okay, danke für den Tipp. Das hat sich zumindest für uns beide, Christian, schon mal gelohnt. Vielen Dank, kommen gut nach Hause, bis dann. Nathalie Silber schreibt, ich bin 17 und so gut wie bei niemandem auf irgendwelchen Homepages. Ja, das verstehe ich, was du sagst. Ich auch nicht, aber ich kann schon verstehen, gerade für RedakteurInnen und so weiter, die, und vielleicht, wie soll ich jetzt mal vorsichtig sagen, die schon zu den Gesetzteren vielleicht mitunter gehören mögen, ist das vielleicht eher noch etwas, wo die sagen, jetzt gucke ich mal auf die Homepage dieser Person. Insofern, ha, brauche ich jetzt eine Homepage, scheiße. Wo die eigene Zielgruppe so ist. Das ist ja total richtig, was Christian sagt. Wenn die Community sich auch nur in diesem einen Bereich bewegt, zum Beispiel in einem Christian-von-Aster-Fan-Club, dann klar so. Aber bei mir sind halt auch viele verschiedene Projekte, die zusammenkommen. Das sind Veranstalter, die mich buchen wollen. Das sind Unternehmen, die mich für Vorträge buchen wollen. Da sind ganz viele Presseleute und Verlage, die irgendwie was wissen wollen und, und, und. Oder zum Beispiel, wenn ich eben einmal im Fernsehen wieder war, so, dann googeln mich ganz, ganz viele Menschen. Und da gibt es halt dann doch auch welche, die eben nicht auf Instagram sind oder die nicht auf Facebook sind. Und für die will ich natürlich auch eine Anlaufstelle bieten. Sie können sich dann dafür eine Newsletter eintragen. Ich gehe ja davon aus, ihr habt ja auch dann eine Newsletter. Nein! Oder seid auf LinkedIn. Oh Carla, wir lernen gerade eine Menge. Nee. Ich muss dazu auch sagen, selbst den Christian-von-Aster-Fan-Club hat es nie gegeben, weil ich dazu auch zu verschiedene Sachen mache. Also ich bin noch dezentralisierter. Was aber eben spannend ist, es gibt eben noch diese unterschwelligeren Ebenen, also eben zum Beispiel meinen Patreon-Account, wo die Sachen halt ungleich exklusiver dann auch noch sind. Also wie gesagt, meines Erachtens geht es nur darum, ein scharfes Profil zu haben, dass die Leute einschätzen können, was ist dieser Künstler so ungefähr. Und wenn Carla jetzt noch ein bisschen weitermacht, dann sehe ich gute Chancen, dass ich ebenso euphorisch wie Tommy der Meinung bin, ich brauche auch eine Homepage. Aber noch bin ich da nicht. Ich denke, da brauche ich noch den angekündigten halbstündigen Schlaf. Also was ich schon nachvollziehen kann, denn ich hatte just heute mit Steffi Engel, das ist die Erfinderin des Pummeleinhorns, am Telefon ein Gespräch darüber, dass sie gesagt hat, du brauchst doch für Ghostsitter eine Homepage. Und ich gesagt habe, ich weiß nicht, ja, und sie gesagt hat, ja, mach doch wenigstens eine Landingpage, dass wenigstens alle Dinge, die mit Ghostsitter zu tun haben, sei es dein Profil, das Ghostsitter-Profil und die Hörspiele, und zwar alle Hörspiele bei Amazon und Audible und die Bücher mit einem Klick zu finden sind. Und da habe ich mir schon überlegt, ja, natürlich, klar, also jetzt projektkonzentriert macht das für mich total Sinn. Aber eine Homepage, wo du jetzt Tommy Krapfers drüber stehen hast und dann zu diesem ganzen Wahnsinn da klickst, das muss ich mir, wenn dann, sehr, sehr gut überlegen, wie die dann aussehen würde. Ich finde es halt, also es gibt ja auch mehrere Angebote, zum Beispiel Martin Sutter hat jetzt in einem Interview erzählt, dass er eben auf seiner Homepage auch so exklusive Inhalte hat, die er also ähnlich wie bei einem Patreon-Account eben darüber verkauft. Weil er sagt eben auch Inhalte, die er zusätzlich auf seine Homepage stellt, wie irgendwie Ergänzungen zu Lila Lila und so. Er möchte es mehr stärken, dass es im Internet eben solche Inhalte, dass man auch was dafür bezahlt und sei es halt nur 4,99 oder 9 Cent, was auch immer. Und lässt deswegen, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade schon aktuell ist, seine Website komplett überarbeiten und es macht ihm total viel Spaß. Petra Schier hat heute in einem Interview erzählt, dass sie ohne ihre Homepage, wäre sie nicht an ihre ersten Lektoratsstellen gekommen. Und darüber hat sie auch ihr Literaturagent gefunden und ganz, ganz viele Redakteure, die eben auch nach Mittelalter suchen und sowas mit den Romanen, kommen über die Homepage drauf. Was ich auch interessant finde, ich habe ja eine Statistik hinter der Webseite, die mir zeigt, über welche Begriffe kommen die Menschen eigentlich auf meine Webseite. Was interessiert die da am meisten? Dann kann man natürlich auch einen Shop und Links einbauen, die einem weitere Daten geben. Nicht im Sinn von, dass man die weiterverkauft, darf man ja nicht. Aber dass ich einfach sehe, okay, was interessiert die Menschen? Dass ich eben mein Newsletter da anbiete und sowas. Also es bringt einen auch ein bisschen näher, finde ich, noch zu den Leuten hin, die offensichtlich Interesse an einem zeigen oder an dem Projekt Ghostsitter zeigen. Und diese Fragen kann man dann auch besser beantworten. Zum Beispiel, wenn Sie sagen würden, oder man sieht dann immer, okay, wie wird man gefunden? Ghostsitter, wie viele Jahre? Ab welchem Alter? Dann weiß man, ah, okay, das ist eine Info, die wir wahrscheinlich besser irgendwo mal ergänzen sollten und anbieten sollten. Also ich glaube, bei mir in meinem Kopf reift so dieser Moment, dieser Gedanke, dass sowas ähnliches wie eine Landingpage für ein paar Projekte wirklich sinnvoll wären, einfach als erster Anlaufpunkt. Und warum, weißt du, aber du solltest es dir mindestens, wie bei den sozialen Kanälen, mindestens reservieren. Das habe ich. Ha, ha, ha. Wenn die Web weg ist, ist es auch... Habe ich. Das habe ich. Christian, das hast du auch gemacht, oder? Selbstverständlich, selbstverständlich habe ich mir Ghostsitter reserviert. Ja, wunderbar. Und Jim Knopf und Buchkolumne 2000. Aber mir ist tatsächlich dieser Ansatz mit den Statistiken, das ist was Persönliches, aber es ist mir zu strategisch. Ich denke tatsächlich nicht so strategisch. Mir ist es wichtig, dass ich die absolute Freiheit habe. Das ist halt eben auch der Grund, warum ich so agiere, wie ich agiere. Wenn ich Lust habe, ein Buch zu schreiben, schreibe ich ein Buch. Wenn ich ein Theaterstück machen will, mache ich ein Theaterstück. Ich meine, das hat natürlich die Konsequenz, dass ich schwer einzuordnen bin, dass es eben sowohl für Agenturen als auch für Verlage mitunter schwierig ist. Aber ich fühle mich da drinnen halt bummeswohl. Das ist aber ein eigener Weg. Also ich verstehe absolut, wenn es um Effizienz geht, dann ist alles, was du sagst, vollkommen richtig. Wenn man einen Weg geht und den optimieren will, dann sollte man es exakt so machen. Also dementsprechend ist es eben spannend, jetzt dich, Carla, hier zu haben und Tommy und mich, weil das einfach ganz verschiedene Ansätze sind. Du gehst da auch aufgrund eben deines Backgrounds hochprofessionell dran. Ich bin halt wirklich ein Hedonist, absolut. Und ich frage halt auch nicht nach Geld, was dazu führt, dass ich davon regelmäßig zu viel ausgehe. Trotzdem kann man ja festhalten, dass wir alle drei eigentlich auf unsere Art ein ganz gutes Beispiel dafür sind, dass Dinge ja funktionieren. Ich meine, also, Carla, du bist wirklich aus gutem Grund, eben auch, weil du wirklich was drauf hast, bekannt, extrem. Also ich glaube, es gibt, ich glaube nicht, dass ich jemanden aus der Autorenbubble kenne, der dich nicht kennt oder nicht weiß, wer du bist. Oder nicht weiß, wie du heißt. Genau, zum Beispiel. Nein, also das kommt überhaupt nicht. Bitte. Und dann bei Christian von Aster ist es so, der ist eben auch berühmt. Also der weiß auch jeder. Also da sagt auch jeder, meine Fresse, der Aster. Also es ist tatsächlich so, jeder von uns funktioniert ja auf eine Art mit den Dingen, die er macht, eigentlich ganz gut. Jetzt hilft mir natürlich etwas, was ihr beide nicht habt. Ich habe vor langer, langer Zeit, war ich mal in einer Comedy-Show, wo die Leute denken, die wäre wahnsinnig lustig gewesen, weil sie nicht mehr im Fernsehen läuft. Und dann habe ich ein Brot erfunden, das immer noch im Fernsehen läuft und das auch nach wie vor lustig ist. Und da hatte ich natürlich schon einen Boost erst mal. Außerdem bin ich männlich, weiß und alt. Ja, war ich immer schon. Also vor allem alt. Und das sind natürlich alles erst mal Vorteile, die am Anfang bestimmt geholfen haben, mögen. Und jetzt natürlich, je mehr sich das verbreitet und dadurch, dass dann auch eine Bernd das Brot-Page gibt und da ab und zu Leute dann was teilen und hin und her. Und dass Leute Ghostsitter hören und sich fragen, wer hat es geschrieben. Das hat natürlich einen ganz profunden Effekt. Trotzdem glaube ich schon, dass diese Art oder diese Grundgedanke, den ich da ganz am Anfang für mich formuliert habe als Credo, ich möchte, immer, dass jedes Posting in irgendeiner Form Unterhaltung bietet. Egal wie viel Info, Promo oder sonst was mit transportiert wird. Das halte ich für einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Mittlerweile gibt es jetzt auch viele Statements von mir, die einfach nur politisch oder gesellschaftlich sind, wo es überhaupt nicht darum geht, dass ich sage, ich habe übrigens auch ein Buch geschrieben. Ja, so Ken Jebsen ist blöd und hier ist mein Buch. Aber dieser Wille dazu, dass ich Leute eigentlich immer unterhalten möchte und das, glaube ich, hat mitunter dazu geführt, dass Postings, die bei anderen AutorInnen, wie zum Beispiel, hier ist mein neues Buch, nicht so gut klicken, dazu geführt, dass Leute immerhin schon mal den Text lesen und dann interessierter sind. Also gerade, wenn es jetzt um Social Media geht. Und bei dir, Christian von Aster, ich glaube, ich habe von dir noch nie ein Posting gelesen, das ich nicht unterhaltsam fand oder gesehen oder ein Foto gesehen, das ich nicht interessant fand. Das ist, also interessanterweise habe ich die Prämisse so nicht exakt, aber mein Lieblingsbuchhändler hat mal gesagt, ich bin ein literarischer Bonbon-Onkel. Bisschen eklig auch, aber gut. Ich locke die Leute mit wohlklingendem Zeug hinter die Ecke und dann kommt eigentlich der Inhalt. Insofern, ich versuche, selbst wenn ich garstige Sachen mache, es zumindest so zu machen, dass man es gerne liest. So kommt es dann wenigstens an. Also die Botschaft ins Ziel schmuggeln. Wie siehst du das, Carla? Ja, ich bin leider nicht so lustig wie ihr beide. Ich muss das ausgleichen mit Professionalität. Siehst du, ich finde dich schon sehr lustig, Carla. Ich finde dich schon sehr lustig. Das war lustig. Ja, ja, das war sehr lustig. Ich muss das mit Professionalität ausgleichen und siehe da, ich ziehe mit euch gleich. Ja. Nee, klar, logisch. Es gibt natürlich ganz viel Erfolg, wenn man das so persönlich gestaltet. Dafür habe ich einfach zu viele Projekte. Ich kriege das nicht hin. Ich merke auch irgendwie, ich finde das wahnsinnig anstrengend, zu vielen Sachen, für die ich ja bezahlt werde. Mit dann noch irgendwie so ein geiles Selfie mit meinem Protein-Shake auszudenken oder irgendwie so. Das kriege ich, ich kriege das nicht hin. So wie wir das immer machen. Ja, wir mit Tommy und ich. Mit Protein-Shakes. Und deswegen mache ich es auch so, aber ihr macht es ja auch nach Kui. Also so wie ihr halt sagt, Mensch, das würde mir gefallen oder mir Spaß machen, wenn ich jetzt jemand anderes wäre und auf den Account gucken würde. Genau. So sage ich auch, Mensch, was würde mich interessieren. Finde ich ein Mittelding zwischen Information und ein bisschen bunt und ein bisschen noch meine sonstige Welt drumherum. Aber also das Lustige, ich finde es dann doch oft, also schwierig, weil der Humor im Internet ist ja auch so eine. Na ja gut, aber dadurch trennt sich natürlich auch der Spreu vom Weizen insofern, dass wenn Leute die Sachen, die ich jetzt poste, größtenteils lustig finden, werden sie mit meinen Dingen, die ich da so präsentiere, natürlich auch eher was anfangen können. Wohingegen, wenn man sagt, was soll das denn sein, jetzt habe ich mir da drei Postings angeschaut, was ist das für ein Aff? Blockiert. Das spitzt auf jeden Fall die Zielgruppe zu. Aber Carla, wie ist es denn, wenn du die Dinge von anderen AutorInnen siehst im Netz und du siehst deren Postings, Versuche, erfolgreiche, nicht so erfolgreiche, kannst du da irgendwie was dazu sagen, was so deine Empfindung größtenteils ist? Muss ja niemand persönlich nennen, es geht ja wirklich nur darum, so ein grobes Gefühl. Ja, also was ich immer mag, ist, wenn jemand tatsächlich auch im Internet so eine Heldengeschichte aufbaut und erzählt, warum mache ich das? Wie mache ich das? Also ich bin jetzt im zweiten Monat, in dem ich meinen Roman schreibe, wäre schön, ich fange mal an. Wenn sie Bilder von der Recherche zeigen und und und, alles solche Sachen finde ich tatsächlich interessant und finde ich schön. Ich finde, man sollte nicht erwarten, dass jemand Persönliches, Privates teilt. Das empfehle ich keinem Autor, das muss jeder für sich selber entscheiden, weil im Normalfall gehe ich davon aus, dass Schriftstellerin sein ein Job ist, ein Beruf ist und dass man den Rest vielleicht lieber für sich behält. Und ich finde es nicht schön, wenn man mit den privaten Inhalten Reichweite geiert für die Beruflichen. Das finde ich einen guten Ansatz, über den wir gleich dringend unbedingt gerne reden sollten, wenn es um Do's und Don'ts geht. Also das funktioniert immer und man sieht es auch bei mir so, Selfies, Hundebilder haben das Doppelte von allen beruflichen Inhalten, aber mir ist das unangenehm. Bei vielen anderen funktioniert es gut, aber ich mag diesen privaten Ausverkauf nicht und das ist einfach nicht meins. Also ich finde, ich habe eh Probleme damit, dass ich sage, ich bin gerne im Netz bekannt, aber sobald ich auf der Straße erkannt werde, ist mir das irgendwie komisch. Aber das ist vielleicht, das ist einfach nur meine Persönlichkeitsstörung. Das ist dem Christian und mir vollkommen recht. Also bei mir ist es tatsächlich so. Dass Kala auf der Straße erkannt wird? Ja, das finden wir gut. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich Fotos mache, die ja eben gemeinhin auch mal irgendwie zu Hause passieren, gucke ich immer nach einem halbwegs neutralen Hintergrund. Also ich möchte eigentlich nicht, dass tatsächlich Leute genau wissen, wie wohnt denn der da so. Wir haben da so einen schönen großen grünen Strauch, der da in der Mitte des Wohnzimmers steht, da stelle ich mich gern davor. Oder ich habe auch so irgendwann mal bei Ikea so einen riesigen Foto-Hintergrund für das Treppenhaus gekauft. Da kann man sich da vorstellen, da denken die Leute, er steht nicht wirklich im Wald, wie so eine Fototapete oder sowas. Das mache ich ganz gerne, aber ich möchte eigentlich nicht, dass Leute wissen, das ist meine Couch zum Beispiel oder das ist meine Küche. Aber das mag jeder gerne so halten, wie er möchte. Also ich finde, ja bitte Christian, sag. Wie gesagt, ich würde das sehr, sehr gerne thematisieren, weil das ist, da es ja auch um Do's und Don'ts geht, sehr, sehr wichtig. Das, was Carla sagt, stimmt natürlich vollkommen. Wenn man damit auf Reichweite giert, ist das widerlich. Das ist aber eben strategisches Denken. Also ich zum Beispiel bei mir, ich mache manchmal persönliche Sachen, habe aber da eine klare Grenze. Also Sachen, die mich beschäftigen, wo die Meinung der Leute mich interessiert, was aber auch nur zustande kommt, dass ich eine sehr, sehr hygienische Bubble habe bei Facebook. Ich habe manchmal Sachen, die mich beschäftigt haben, gepostet und da waren 200 Kommentare drunter und wirklich kein einziger Dummfuck. Und das ist halt was, was nicht unbedingt üblich ist. Die Grenze ziehe ich aber sehr bewusst. Richtig persönlich, ich habe übrigens nicht mal einen Hund, das ist das Dumme. Ich muss mir halt immer Katzen ausleihen von anderen Leuten. Aber mir ist zum Beispiel letztens das Fahrrad geklaut worden. Und ich habe halt nicht das Geld, mir spontan ein neues Fahrrad zu kaufen, habe das gepostet und ich habe es sehr heiter und sehr witzig gemacht. Aber das Fazit war, dass mir innerhalb von 24 Stunden fünf Fahrräder angeboten wurden, die wahrscheinlich alle für mich geklaut worden sind. Aber wenn etwas passiert, das mich persönlich involviert, mich sauer macht, mich emotional halt wirklich derangiert. Es gab auch noch einen Fall, da habe ich eine Fortsetzungsgeschichte draus gemacht, meine Lieblingstasse, die in der Gemeinschaftsküche meines Büros gestohlen wird. Und ich habe dem Dieb immer mit ein paar kleinen Zetteln viel Freude gemacht. Sachen, die halt wirklich nicht intim sind, aber die mich beschäftigen und die ich zu etwas Unterhaltsamem mache, eben auch für mich transformiere. Wo aber gleichzeitig die Leute etwas teilhaben an dem, was mein Leben ist, im weitesten Sinne, aber sehr kontrolliert. Das ist doch dann persönlich und nicht privat. Ich finde, das ist der wichtige Unterschied, weil ich nämlich natürlich auch gerne, und zwar nicht aus Berechnung, sondern auch eine Art von Haltung, auch politisch zeige, weil ich es einfach schade fände, die Reichweite nicht auch für sowas zu nutzen. Und da sind dann eben auch mal sozusagen andere Schatten meiner Persönlichkeit dabei, außer das Berufliche. Aber ich will nichts Privates veröffentlichen, im Sinn von eben nicht meine Wohnung. Seit wir diese ganze Stümerei angefangen haben, sehen die Leute immer nur diesen Ausschnitt. Nicht meine Partnerschaft, nicht meine Familie. Alle diese Sachen, das ist für mich ein Tabu. Aber ich finde es total okay, wenn das anderen Spaß macht. Ja, das auch. Das wollte ich auch noch sagen. Wenn jemand das gerne machen möchte, soll er das machen oder sie. Das ist total okay. Es geht ja, es ist ja das, was wir drei jetzt hier gerade besprechen. Richtig. Ich fand die Nacktbilder von dir, Tommi, auch sehr ästhetisch. Ja, ja. Aber die waren ja auch nur für dich und das war ich in Wirklichkeit gar nicht. Hast du das gemerkt? Das sind die Autoren, die schon Nacktbilder veröffentlicht haben. Also ich glaube, die Unterscheidung war persönlich und privat. Und ich meine, dass keiner von uns dreien, soweit ich das sehen kann, ist davor gefeit. Wir alle haben gelegentlich diese Momente, wo wir sagen, sag mal Leute, in Gottes Namen, das kann doch jetzt nicht wahr sein, wo man dann einfach mal losrantet über, keine Ahnung, sei es irgendwelche seltsamen FDP-Mitglieder oder Nazis oder Frauenhasser, keine Ahnung was. Es ist immer irgendwas dann da und auch das gehört, finde ich persönlich schon dazu. Ich kann aber auch verstehen, wenn Autoren da keinen Bock drauf haben. Und wenn die das raushalten wollen. Da gibt es viele, die einfach sagen, ich halte mich mit politischen Meinungen in Social Media und gesellschaftlichen Meinungen, überhaupt Meinungen im weitesten Sinne, komplett zurück. Mein Eindruck ist, dass da etwas für mich etwas fehlt, weil es Social Media ist und weil es ein Stück weit auch darum geht, was für eine Haltung hat dieser Mensch. Aber verstehen kann ich, wenn jemand das nicht macht. Das Problem ist ja, dass Social Media immer ja gleich auch Anti-Social Media ist. Das heißt, was immer du tust, kriegt eine Response. Und diese Response kann halt mitunter sehr unangemessen sein, weil halt jeder alles immer schreiben kann. Das ist wie Amazon-Rezensionen. Ja, wobei dafür gibt es ja inzwischen so viele schöne Funktionen. Also am allerfiesesten finde ich ja Mutant, weil dann der andere nicht mal mitkriegt, dass man eben die Presse stillgelegt hat und blocken. Und deabonnieren und ich weiß nicht, was noch alles. Also ich finde, da ist man inzwischen auf den Netzwerken noch ganz gut ausgerüstet. Aber das frisst ja Aufmerksamkeit und Energie. Also ich habe in meinem Leben nur sehr wenig Leute geblockt, weil es nicht nötig ist. Ich habe viele, ich habe viele, viele, viele geblockt. Ja, ich habe sehr viele. Ich denke, Carla, du aus anderen Gründen, vermute ich mal. Aber alle, die Katzen haben, weil du gerne Hunde magst. Aber dadurch, dass ich ja auch immer wieder mich zu Wort melde, was so Verschwörungstheorien und Nazi-Scheiß und so weiter. Gut, das macht ihr auch. Aber ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich etwas vehementer und dann jetzt auch noch herausgestellt durch diese Talkrunden, die ich noch mache und dann den Kruger-Song, den ich da damals gemacht habe, der völlig wahnsinnige Klickzahlen hatte, wo ich täglich Leute auf YouTube löschen muss, hat das schon eine andere Dimension angenommen, die mir aber persönlich wichtig ist. Und vielleicht, weil mir das so wichtig ist, stelle ich dann immer anheim, das muss doch anderen AutorInnen irgendwie auch wichtig sein. Aber der Umkehrschluss ist ja nicht, dass es ihnen nicht wichtig ist. Sie wollen es nur nicht unbedingt im Web erzählen. Das ist das, was ich mit Profil meine. Also wenn du wirklich eine Richtung hast und beschließt das, also das gehört zu deinem Profil dazu. Bei mir ist es, wenn ich Sachen teile, sind es meistens auch politische, weil sie halt wirklich interessant sind und mir so wichtig erscheinen, dass sie geteilt werden sollten. Aber du musst als Künstler, als Autor selbst entscheiden, ob es zu deinem Profil gehört. Und die Mündigkeit sollte man dann haben. Naja, es hat aber auch, also nicht unbedingt nur wegen des Profils, ich finde, es hat halt auch nicht jeder einfach die Kraft, dann mit so einem Rückstoß umzugehen. Man kann das natürlich alles ausmuten. Ich komme damit super klar, aber ich mache das auch schon eine ganze Weile. Aber ich kenne auch Autoren und AutorInnen, die schon irgendwie, wenn sie mal nur vier Sterne auf Amazon bekommen haben, schon drei Wochen nicht mehr aus dem Keller kommen. Und die zwar schon eine Haltung haben, aber eben Sorgen haben, was passiert, wenn sich dann eben so Shit-Stürmchen, Stürmchen da über ihre Profile geben, während das wahrscheinlich für Tommy und für mich irgendwie so Alltag wäre. Also, dass ich irgendwelche Frauenhasser wegblocke, das verstehe ich ja nicht mal auf. Dafür legst du dich nicht mal hin. So ziemlich aus, dann leg ich mich nicht mal hin dafür. Also, ich finde, es gibt auch noch so einen anderen Punkt, der mir bei Social Media aufgefallen ist, generell was Künstler angeht. Ich bin mal gespannt, wie ihr das seht. Es gibt eigentlich in dem Fall, das Beispiel jetzt keine Autoren, sondern eine Musikerin, wo mir das aufgefallen ist, die regelmäßig dann so Sachen macht, wie, ich mache das ja nur für euch, ja, und diese Musik, und das ist einfach nur, weil ich will halt ein bisschen Freude in die Welt bringen und so weiter. Ja, aber es ist so offensichtlich, dass es berechnend ist. Ja? Ich will nicht unterstellen, dass es nicht Leute gibt, die das wirklich aus Liebe zu einem Buch, zum Nähen, zum Cosplay, zur Musik machen, aber irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie kommen da, das kommt mir dann irgendwie, das klingt dann anders, wenn jemand das macht. Und diese Dinger, die sind mir wirklich hochgradig unangenehm. Es kann aber auch sein, dass ich da so eine hohe, so eine niedrige Fremdschamgrenze habe, dass ich da sofort irgendwie Ausschlag auf dem Rücken kriege, obwohl ich vielleicht manchmal Personen Unrecht tue. Wie seht ihr denn das? Also, meine Liebe zum Nähen ist auch sehr imangenehm. Danke. Carla, wie siehst du? Ja, das war eigentlich, was ich sagen wollte. Ja. Aber kurz nochmal zurück. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, selbstverständlich. Und das ist das, was ich eben meine. Darum ist mir Strategie, also es gehört meines Erachtens eben auch zu Strategien, um Verkaufszahlen zu maximieren, um sympathischer zu wirken. Und es hat nichts mit Authentizität zu tun. Wenn die Wut mal wieder kickt und du irgendwas rauspolterst gegen wirklich Nazis, Kapitalisten, was auch immer, wie ich heute auch. Ich habe heute mich mit Herrn Altmaier und der Lufthansa auseinandergesetzt. Wenn die Sachen einfach zu viel sind und raus, und das zeigt Authentizität, das zeigt deine Grenzen. Und wenn du das eben bewusst machst, dann finde ich das gut. Aber berechnend und Teil einer Strategie sein, um Verkaufszahlen zu maximieren oder ein künstliches Bild am Leben zu halten, dafür sind solche Aussagen nicht gut. Ich mag es genauso wenig wie die. Ja, ja, aber vielleicht ist das von mir auch eine Unterstellung. Carla, weißt du, was ich meine? Dass ich einfach so einen hohen oder einen niedrigen Shit-Level habe, dass ich Leuten das unterstelle, obwohl es vielleicht nicht wirklich stimmt. oder ich habe schon so viel erlebt, dass ich sofort sehe, das ist Bullshit. Ich weiß es nicht genau. Dazu möchte, habe ich mehrere Punkte anzumerken. Sehr gut. Ich habe eine halbstündige Powerpoint. Ja, erzähl. Nein, also tatsächlich ist das natürlich was, was verkauft und das macht es einfach. Es funktioniert tatsächlich gut. Natürlich vielleicht nicht bei dem Publikum, das du dir aufgebaut hast, nicht bei dem Publikum, das Christian sich aufgebaut hat, aber wahrscheinlich bei den 1,5 Millionen oder 2 Millionen, die Pamela Reif sich aufgebaut hat. Und das sehen wir ja bei diesen ganzen Influencern, die lieben ja das Künstliche. Also es ist doch jedem klar, dass diese Leben nichts mit der Realität zu tun haben, dass solche Lippen und solche Hintern und solche Haare alle aus einer Verpackung kommen und sowas. Aber die Leute lieben das. Die wollen ja gar nicht ungeschminkt sehen. Die wollen, dass die dann immer sagen, ich hatte es heute erst in den Storys. Also ihr habt mir immer so viele Nachrichten geschrieben, dass ihr euch alle so sehr für Abnehm-Tee interessiert. Und dann habe ich einfach mal meine Lieblingsmarke gefragt und ich habe einen Rabattcode für euch. Das ist ein, dieser Satz, der triggert mich so unendlich. Der Rabattcode? Nein, nicht der, sondern der davor. Dieses, ich kriege ja so viele Zuschriften. Ich schwöre dir, wenn ich diesen Satz schreibe und ich schreibe den tatsächlich manchmal, dann versuche ich das immer zu beweisen auch. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich kriege ganz viele Zuschriften und Leute, die sagen, kann ich mal in einem Hörspiel mitmachen? Und jetzt sage ich euch einfach mal, nein. Und es tut mir leid und ich sage euch warum. Das ist aber was anderes. Aber dieses, ganz viele Leute haben mich ja gefragt, was für ein Mascara ich benutze. Ja, hat mich noch nie jemand gefragt. Christian, hat dich das schon mal jemand gefragt? Was für ein Mascara du benutzt? In der Gruft, die Szene ist es ja. Es war nur einmal, dass ich versucht habe. ja, aber das triggert mich. Aber jetzt habe ich dich mit meinem Rant unterbrochen, Carla. Du hattest mehrere Punkte und eine PowerPoint. Bitte fahr fort. Das ist so der Punkt, aber die Leute stehen ja offensichtlich drauf. Also irgendwie funktioniert es ja. Das muss man schon anerkennen. Die haben ja irgendwie ein geiles Businessmodell aufgebaut, das Menschen Geld auspresst, die gar keins haben. Im schlimmsten Fall. Also ich habe das auch schon bei weniger erfolgreichen Leuten gelesen. Aber du hast natürlich grundsätzlich recht. Und dann auf der anderen Seite ist es aber auch ein Job und es ist ein Privileg, sagen zu können, ich kotze auf die ganzen Verkaufsregeln in Social Media. Ich mache einfach, worauf ich Lust habe. Weil man damit einfach Reichweite ablehnt, weil man Einnahmen ablehnt, weil eben wie Christian ja auch sagt, man weiß, man kriegt vielleicht manche Verträge nicht, man kriegt manche Veranstaltungen nicht und und und. Das heißt, das ist ein Privileg, entscheiden zu können, ich verhalte mich nicht so. Ja, gut. Weil die meisten, auch die Verlage und Co., wir wissen ja, wie es ist, man kriegt Verträge aufgrund von Reichweite. Was mir schon alles angeboten wurde an absurden Sachen, das Beispiel will, wo ich ja auch weiß, ich habe ja auch vorher in einem Unternehmen gearbeitet, das mit Influencern zusammenarbeitet und denen Buchverträge anbietet. Das ist schon spannend. Also das hat ja mit Inhalten überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist also diesen so weit entfernt von dem, was Christian lebt und arbeitet und denkt und fühlt. So funktioniert es einfach. Und wenn du Geld brauchst und weil du vielleicht wirklich auch noch eine Familie irgendwie dranhängen hast und 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 und, dann bist du darauf angewiesen, gewisse Regeln einfach zu lernen und anzuwenden. Von daher bin ich da so zwiegespalten und mache mich vielleicht auch manchmal über solche Sachen lustig. aber man kann das mal besprechen, man kann das auch kritisieren, man muss es ja nicht gleich wie Oliver Pocher zum Abschluss freigeben. Ja, das war, fand ich sehr unangenehm. Also sehr. Ich kann, ich habe die Diskussion nicht so viel verfolgt, dass mir jetzt, dass ich mir jetzt ein echtes Urteil darüber bilden könnte, wer von denen jetzt was genau gemacht hat. Mir war die ganze Situation so unangenehm und alles, was ich darüber in meinen Timelines so an mir vorbeilaufen ließ, hat dazu für gesorgt, dass ich eigentlich alle Beteiligten da irgendwie unangenehm fand. Ja, aber der eine ist halt Privileg und die anderen Ja, klar, natürlich. Ja, ja, absolut. Das gehört. Man kann immer beachten, man kann das total kritisieren, alles, auch, dass es natürlich Autoren, Autorinnen gibt, die vor 20, 30 Jahren noch definitiv keinen Vertrag bekommen hätten und jetzt eben, weil sie 100.000, 500.000, weiß ich nicht, wie viele Followerinnen haben, einfach nur deswegen ein Ghostwriter daneben gestellt wird und man sagt, das verkauft sich schon irgendwie. Das ist ja auch ein Geschäftsmodell. Da gibt es ja auch den schlauen, coolen Satz, wie ist das irgendwie, irgendwie das Spiel regeln oder mitspielen irgendwie. So, das guckt man sich an und dann kann man es mal in Scheiße finden und dann muss man sich überlegen, habe ich Bock, das mitzumachen, wenn nicht, dann lasse ich die halt links liegen und mache meinen eigenen Kram. Also wie halt Christian, der halt einfach sagt, ja, aber ich mache halt meine Sachen gut. Ja, aber wir machen es ja nicht gegen jemand, weißt du? Und das ist, und das ist, glaube ich, das Ding. Ich sage ja nicht, das ist eben der Pocherfehler, der wirklich sehr schlimm ist, sich zu gerieren, als wäre man etwas Besseres und die anderen Leute bloßzustellen. Und das, mein Konzept ist, mein Konzept ist nicht besser. Also ich wüsste verschiedene Arten, wie ich mehr Geld verdienen könnte. Also als Werbetexter wäre ich wahrscheinlich sogar noch irgendwas geworden in irgendeiner Form. Aber was Kala sagt, dieses Mundus Vult Dezipi, die Welt will halt betrogen sein, die wollen die Fake-Bilder und das ist seit ehedem so. Bloß das wird einem an jeder Ecke verkauft, sodass eben Authentizität eine andere Ware ist, aber eben auch eine Ware, die begehrlich sein kann. Und dementsprechend ist das, glaube ich, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ein zentraler Punkt bei der Frage nach Social Media. Wenn man sich für eine Fake-Identität entscheidet, ist das genau, wie ich vorher meinte, eben auch ein Profil, das man sich zulegt. Und die Möglichkeit gibt es eben auch. Man kann auch den Weg gehen und bekommt dann das entsprechende Publikum. Es gibt noch diesen anderen Weg, von dem ich finde, wo ich noch nie gesehen habe, dass der wirklich funktioniert. Viele Autorinnen und Kollegeninnen, jetzt wird schon wieder Autor, wie sagt man das? Autoren-Kolleginnen, oder? Ist doch dann richtig. Weil Autorinnen und Kolleginnen ist doch Quatsch, oder Carla? Ich weiß es nicht sicher. Wie würde ich das sagen? Fühl einfach das Sternchen mit. Ja, aber sage ich zweimal. Also sagt man Autorinnen und Kolleginnen oder Autoren-Kolleginnen? Weißt du, bei Worten, die ich beide mit innen ausstaffieren könnte. Ich glaube, soll ich bei der Emma schnell anrufen? Nein, musst du nicht. Aber es hätte mich tatsächlich jetzt gerade interessiert, weil ich tatsächlich aktiv daran arbeite, das einfach richtig zu machen, was ich als richtig empfinde. Das auch in Zukunft einfach mitzudenken, damit es in meinen Hirn hineingeht und zu einer Automatisierung kommt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, viele KollegInnen machen das dann auch so, dass sie versuchen, etwas unterhaltsam oder privat, was auch immer, immer Haftes herzustellen, wo ich aber merke, dass es nicht authentisch ist, weil sie es tun, weil sie denken, ich muss mal was auf Social Media posten. Und das ist ganz schwierig, weil da wüsste ich dann, selbst wenn mich jemand fragt, gar nicht, was ich dieser Person raten könnte, damit das funktioniert. Weil ich glaube schon, dass du eine bestimmte Art von Person sein musst, um in Social Media halbwegs zu funktionieren. Und das bedeutet auch, dass es auch Leute gibt, die halt da eher nicht funktionieren, außer sie finden dann irgendwann diesen Zugang. Ich glaube, da sehe ich halt manchmal so, ja, Fotos, wo Leute halt dann irgendwie auf irgendeiner Reise sind und irgendwo stehen, ganz weit weg, und dann so winken und sagen, ich grüße euch aus Lanzarote, viel Spaß mit meinem Buch. Zum Beispiel. Wo ich nicht so genau weiß, wenn mich jetzt jemand fragen würde, kannst du mir einen Rat geben für meine Internetauftritte? Wenn jemand so ungelenk sich verhält, würde ich eher sagen, also jetzt mal so wie der Hugo Balder mir das früher immer gesagt hat, Krabbeis, lass es doch einfach weg. Wissend, dass das dann natürlich ein Rat ist, der nicht unbedingt gehört werden will, weil es geht ja darum, was kann ich machen und nicht, was soll ich lassen. Aber manchmal tendiere ich, ich dazu hin. Wie seht ihr das? Oder hattet ihr auch schon solche Situationen? Ich finde das ganz schwierig, weil das so ist vielleicht der oder diejenige als Mensch. Vielleicht ist das einfach so jemand, der eben gern auf Lanzarote Urlaub macht und irgendwo ganz weit hinten steht. Nein, es geht mir nicht darum, dass jemand auf Lanzarote Urlaub machen soll, sondern nur... Doch, aber das ist, weißt du, der macht halt dann auch sein Profil so, wie er denkt. Ach, ich finde das schön so. Und das finde ich schwierig von außen zu bewerten, ob der das jetzt möchte, gern ist oder nicht, weil ich kenne so viel, was mir auch, also was über mich schon alles geschrieben wurde und gesagt wurde und wie die Menschen mich einschätzen, was, also aufgrund davon, dass sie halt am Tag, man muss das ja mal sehen, irgendwie, wie viele sind so ein paar Snaps, sie kennen fünf Minuten von meinem Tag und denken, ich werde so als Person oder auch nicht oder was da Absurdes irgendwie, dann, ich war mal vier Wochen lang, da hat man mich nicht ganz gesehen und sofort ging es los, ich wäre schwanger. Und sie dachten, ich wolle einen Bauch verheimlichen und jemand rief mich dann an und sagte, kannst du die Veranstaltung machen? Irgendwie im Herbst noch. Also Christian und ich, wir versuchen seit Jahren unseren Bauch zu verheimlichen. Also insofern... Also ich finde es dann schwierig und wenn jemand einfach sagt, ja, irgendwie das kommt auf Social Media scheiße an, aber mir macht es Spaß, feel free. Wenn das so ist, also das ist nochmal ein Speziell, wenn jemand einfach mit... Das ist ja auch wieder authentisch dann. Weißt du? Es gibt durchaus Leute, die so sind und wo das auch irgendwie passt. Klar, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber du, Krapferz, bist du nicht derjenige, der entscheidet, was der Herr posten darf oder nicht. Ja, klar. Das stimmt. Aber vielleicht ist es so, dass ich einfach grundsätzlich immer nach dem... Oder vielleicht auch zu sehr nach dem Unterhaltungsgrad gucke. Unterhält mich das. Gibt mir dieses Posting irgendwas? Ist da irgendetwas? Aber lass mich... Ja, bitte gerne. Lass mich doch mal kurz annehmen, lass den doch mal einmal. Dass du die vorige Frage authentisch mit Interesse an uns beide gestellt hast, dann würde ich jetzt auch noch versuchen zu antworten. Ja, leider ist die Sendezeit auch schon wieder vorbei. Na, gerne. Und zwar ist das, es gibt wie meistens im Leben meines Erachtens einfach kein generelles Rezept. Wenn dich jemand fragt, wie soll ich das machen? Das hängt ganz davon ab, wer dieser Mensch ist, was Carla jetzt auch gerade eben angedeutet hat und du, also Lanze Rote und so. Das Problem ist, jeder braucht etwas Individuelles und kann es selber eben meistens nicht einschätzen, weil es Neuland ist oder was auch immer. Und grundsätzlich ist die Antwort auf solche Fragen immer, finde heraus, wer du bist und was du willst. Und dann ergibt sich daraus, was du im Internet brauchst und machen solltest. Weil all diese Wege zwischen Fake und Authentizität, die ergeben sich aus diesen beiden Zielsetzungen. Hast du dir das aufgeschrieben irgendwo? Nee, das ist aber die Lösung zu allem, wenn es um solche Sachen geht. Es gibt keine, also ich habe wirklich in meinem Leben schmerzlich in Erfahrung gebracht, dass es diese allgemeinen Lösungsansätze nicht gibt. Na ja, klar. Das stimmt. Ja. Es kommt halt, es kommt halt immer drauf an. Es kommt ja drauf an. Du kannst es nicht so einfach immer so sagen. Gell? Allah, hopp. Du weißt, dass mich dieser Dialekt erregt. Ja, ja, deswegen habe ich das gemacht. Genau darum machst du das. Allah, hopp. Komm. Los, springen. Es sind Bube. Entschuldigung. Ja, das stimmt. Klar kommt es immer. Klar ist jeder Rat, den man gibt, wenn man denn dazu aufgefordert ist, einer, der definitiv am besten auch berücksichtigt, wer denn da gerade fragt. Frag doch mal Attila Hildmann. Der hat auch, zeigt auch Haltung. Ja, das kann man wohl sagen. Das stimmt. Das sind sehr viele Leute, die Attila Hildmann jetzt zumindest kennen. Ja. Any press is good press. Ja, der Bald hat auch immer gesagt, Krabbeiß, hauptsache sie haben deinen Namen richtig geschrieben. Klar, aber erstens haben sie das nicht und zweitens, ich bin mir mittlerweile bei diesem Satz gar nicht mehr so sicher. Any press is good press. Wenn es darum geht, dass alle deinen Namen kennen vielleicht, aber ob das heute noch so ist, dass das automatisch auch ein echtes Interesse und vielleicht sogar ein Interesse an Büchern generiert, das dann ja wohl nur bei dem Klientel, die diesen Kack, den du absonders gut finden. Also, ich möchte nicht, dass irgendjemand, irgendein Nazi, mein Buch kauft. Ich will deren Geld nicht haben. Der Effekt ist grundsätzlich Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist Energie und die kannst du nutzen. Ja. Das ist das Neutrale dabei. ja. Also, any press, any press is press. Genau. Hm. Es muss halt trotzdem, wie gesagt, ich finde, es ist wirklich alles auch echt eine Privilegienentscheidung. Wie eben heute Petra Schier, die irgendwie vier Bücher im Jahr schreibt, und die sagt, weniger könnte sie sich gar nicht leisten. Wenn du eine Familie zu ernähren hast, jetzt in Corona-Zeiten, muss man vielleicht auch Jobs annehmen und auch einmal Werbung für Protein-Shakes machen, irgendwie, Christian, wann weiß ich das nicht? Wenn du Kontakte hast. Können wir das nachher? Ja. Es ist ja auch so, es ist ja auch so, dass ich ja immer propagiere, dass Leute, die schreiben wollen, bitte, 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 so sie nicht das Glück, eine Patreon- oder sonstige Unterstützung haben, bitte einen Job haben, der ihnen ermöglicht, dass sie das schreiben können, was sie schreiben möchten oder vielleicht auch als Lohnschreiber irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Hausarzt Dr. Stefan Frank Sachen schreiben, das ist ja auch ein Job, aber irgendetwas haben, was nicht zur Folge hat, dass ich nur unter diesem Druck schreibe, dass ich sage, um Gottes Willen, sonst habe ich nichts zu fressen und meine Kinder werden verhungern. Das halte ich für eine ganz, ganz schlechte Motivation, wenn es darum geht, überhaupt irgendwas zu machen, was auch nur ansatzweise mit Künstlerisch zu tun hat, so man diesen Anspruch künstlerisch denn an sein Werk stellen möchte. Ich finde den Ansatz mit den Privilegien, also mit dem Privileg finde ich sehr interessant, aber nicht absolut, weil selbst, wenn man eine nicht privilegierte Position hat, gibt es da drin halt immer noch die Möglichkeit, das Profil zu schärfen. Also ich habe zum Beispiel eine Druckerei, mit der ich über zehn Jahre zusammengearbeitet habe. Ich habe früher einen eigenen Kleinverlag gehabt, weil niemand meine Sachen droht, andere Geschichte. Aber diese Leute beispielsweise sitzen am Rand von Berlin und haben alles Mögliche gedruckt, haben auch alles Mögliche gebraucht, aber als dann zum Beispiel Scientology kam und sie wirklich einen Sack voll Geld für eine Sache hätten verdienen können, haben sie Nein gesagt, weil es eben Prinzipien sind. Also selbst, wenn man nicht privilegiert ist, kann man Prinzipien haben. Und das finde ich eben grundsätzlich wichtig, dass man eben Ideale hat, die an irgendeiner Stelle nicht verrückbar sind. Die können immer anders aussehen, aber wenn die eben Teil der Abbildung in Social Media, sind, dann ist es authentisch. Und das kann eben in jedem Form von Profil. Genau, muss man gucken. Ich glaube, es gibt doch einige Influencer, die ohne Probleme sagen, ich bin halt ein Model für irgendwas und heute mache ich für Eistee-Werbung und morgen für Protein-Shake, aber mit den Nazis würde ich trotzdem nicht zusammenarbeiten. Das ist ja auch nochmal ein anderes Level. Man verkauft sich da halt so irgendwie auch ein bisschen wie als Schauspieler oder wie als Model und die sagen vielleicht auch, Mensch, privat bin ich irgendwie echt jemand total anderes als diese Figur, die ich da für Social Media kreiert habe und online verkaufe ich meinen Namen für sonst was. Ist mir alles egal und daheim irgendwie bin ich mit meinen Kindern im Wald und einfach jemand anderes oder so. Na gut, also ich meine, insbesondere die Schlager-Geschichte ist voll von Leuten, die sich aus irgendwelchen Fenstern gestürzt haben, so sie denn noch durchgepasst haben, aus Unglück, weil sie ihr ganzes Leben lang gesungen haben. Und die Kokain-Reste beim Musikanten-Stadel auf den Klo-Brillen nicht vergessen. Ja, genau. Also eins der großen tragischen Beispiele ist für mich immer Peter Alexander, ein Typ, der so unfassbar viele Qualitäten hatte, der so talentiert hat und so viel konnte und ein toller Sänger, ein toller Schlagzeuger, ein toller Comedian, ein toller Slaps, die Comedian war, der Zeit seines Lebens keine Chance hatte, einmal in einem guten Film mitzuspielen, in dem ein gutes Drehbuch war, mit einem Regisseur, der sich wenigstens ein bisschen interessiert, der eigentlich Jazz spielen wollte und es eigentlich so gut wie nie machen konnte. Und wenn er es gemacht hat, hat man gesagt, hören Sie mal bitte besser auf, Herr Alexander, der nicht mal so hieß. Und er war gegen Ende seines Lebens sowas von frustriert. Das war so dunkel, war das. Das waren alles Könner. Ja, und der dann im Endeffekt, das Einzige, wenn man das so glauben mag, was korportiert wird, war halt, dass er im Keller seines Hauses eine elektrische Eisenbahn hatte, wo er sich jetzt mal völlig übertrieben gesagt seine eigene kleine hübsche Welt aufgebaut hat, die wunderbar funktioniert. Also von wegen dieses Klischee und das Image, was man sich da aufbaut und so weiter. Ich bin da sehr, 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 sehr vorsichtig. Ich kenne natürlich auch bedingt durch meinen Job viele Leute, die das vor der Kamera leidlich durchhalten und hinter der Kamera wirklich daran zerstört sind. Schon längst, schon längst innerlich wie tot durch die Gänge wabern und dann sobald die Kamera angeht und danach wieder in sich zusammenfallen. Das ist natürlich jetzt gerade bei Autoren in Social Media vielleicht jetzt nicht so extrem, aber ich wäre da wirklich immer extremst vorsichtig, zu sehr den Mensch, der man ist, von der Social Media Persönlichkeit zu trennen. Sehr, das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Führt auch, man kann das so merken, es gibt so ein paar Leute, die dann anfangen tatsächlich von sich selber in der dritten Person zu reden. Ja, also der Krabbeis würde das machen. Ich denke, der Krabbeis macht das. Gibt es erschreckend viele, gerade SchauspielerInnen, die so sprechen. Ja, ich denke, der Krabbeis würde das machen. Ja, das ist authentisch für den Krabbeis. Ja, 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 gibt es. Gruselig. Merkt ihr sogar in Talkrunden, wenn ihr mal irgendwann in so eine ARD-ZDF-Talkrunde reinzappt, da gibt es so ein paar Schauspieler, die das schon drin haben. Ja, 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 das würde der Krabbeis machen. Ja, das würde zu ihm passen. Da läuft es mit kalten Rügel runter. Gibt es irgendeinen Tipp, nachdem wir jetzt alles relativiert haben untereinander, irgendeinen Tipp, der felsenfest ist, außer sei authentisch. Gibt es irgendeinen Tipp, wo man einfach den armen Leuten da draußen sagen können, ja, mach das, das ist eine gute Idee, wo wir uns nicht mal bei der Homepage einig waren. Was gibt es? Vorschläge? Hunde. Okay, noch ein Vorschlag. Nee, das ist zu einfach. Ich würde tatsächlich auf diese zwei Schlaumeier-Sätze von mir gehen, finde raus, wer du bist und was du willst und agiere dementsprechend. Ich habe versucht, mir was Lustiges jetzt auszudenken, aber ich finde, Ja, aber wenn ich Erfolg will, wenn ich nur Erfolg will, ist das dann authentisch, weil ich nur Erfolg will? Dann musst du mit, also wenn du wirklich beschließt, Erfolg ist das, was du willst und das abwächst gegen alles andere, gegen Privatleben, gegen Frieden, also den eigenen Seelenfrieden, gegen alles. Wenn Erfolg die Priorität ist, handle dementsprechend und trage die Konsequenzen. Das ist, was ein mündiger Mensch tun kann. Ich fände es das falsche Ziel, aber wenn es das ist, was du willst. Ich möchte schon, also um es jetzt mal auf mich zu münzen, ich möchte gerne, dass meine Sachen Erfolg haben. Ich möchte das gerne. Das ist für mich Teil der Freude, dass möglichst viele Menschen daran Freude haben. Deswegen habe ich auch Freude an Allagern, deswegen schreibe ich gerne für alle. Ich möchte das gerne. Das ist tatsächlich eins meiner Ziele, nur nicht um jeden Preis. Ich schreibe auch für alle, bloß alle merken es nicht. Das ist ja ein Abwägen der eigenen Wertepyramide. Also das ist ja wie im Privatten auch ganz einfach, dass man sich angucken, weil man hat ja nie nur einen Wert. Du hast ja nie, also zum Beispiel, wenn du sagst, deine Bücher sollen von vielen gelesen werden, dann heißt das ja nicht finanzieller Erfolg. Nein, nein, nicht unbedingt. Nein, nein, nein. Das muss man jetzt auch wieder sagen. Also da kommen ja noch so Zusatzwerte dann dazu. Und deswegen, wenn ich natürlich Social Media Marketingberatung mache mit Autoren und Verlage, dann bastelt man sich auch so eine Wertepyramide eben zusammen, wie Christian schon gesagt hat. Und was ist mir dann wie wichtig? Dann werden da so Steinchen hingelegt und dann prüft man das mal ab. Und überhaupt, um sich da so ein bisschen klarer zu werden, also ich so. Und aus diesem Sortieren wird am Ende eben die Marke. Eben. So und ob die dann authentisch ist, kommt darauf an, ob Authentizität ein Wert ist, der auf dieser Liste steht. Wenn nicht, fuck it. Aha. Verdammt. Dann haben wir jetzt die Authentizität auch relativiert. Sehr gut. Stimmt. Ja, wenn das nicht wichtig ist. Wenn es uns jetzt noch gelingt, das Relativieren zu relativieren, dann sind wir durch. Wir sind eigentlich die perfekten Talkshow-Gäste. Ja, genau. Das stimmt. Ja, genau. Also das stimmt. Also klar, wenn jemand, wenn, ja, wenn man so will, also diese wirklich super erfolgreichen InfluencerInnen, die da diese lustigen Fotos von sich halbnackt vorm Christbaum machen, mit diesem Tier, mit dem, was auch immer es dann für ein Tier ist, das einfach nur schreit, töte mich, ja. Diese, diese Bilder, die wahnsinnig erfolgreich sind. Da scheint ja Authentizität nicht ganz oben auf dieser Pyramide zu stehen, sondern einfach nur sieh mich, Erfolg, klick mal hier auf diesen Limp, Lick, Limp, ist auch schön, auf diesen, ich hatte eine Mischung aus Lipgloss und Link und es wurde Limp daraus, was auf Englisch Lamen heißt und ich finde, auf eine Art, das muss irgendwas aussagen, ich weiß nur noch was. Oder Stumpen doch auch, oder? Stumpen? Ja. A Limp ist ein Stumpen? Muss ich nochmal überprüfen, aber ich kann dir garantieren, dass das Tier, das darum bittet, getötet zu werden, auf den Bildern hundertprozentig authentisch ist. Es gibt von einer tollen Kollegin aus Köln, glaube ich ist sie, Carla Chuck Knows heißt die, heißt die Alias. Carla Chuck, also wie die Chucks und Knows weiß, Carla Chuck Knows, einen wahnsinnig lustigen, ich glaube sie hat einen Zusatzaccount mittlerweile gemacht, wo sie nur so Influencer-Bilder nimmt und dann quasi drunter schreibt, was diese Leute da eigentlich gerade wollen oder was sie vielleicht gerade denken und es ist unglaublich, was die ausgräbt und es ist aber auch unglaublich, wie erfolgreich diese Leute sind mit grauenhaft gephotoshoppten Fensteraussichten in irgendwelche Schneelandschaften und es ist unfassbar. Es ist unfassbar und da kann Authentizität nicht das Ziel gewesen sein. Insofern, wenn wir jetzt hier den Rat geben wollten, wo ich jetzt eigentlich so dachte, das wäre das eine, worauf wir uns geeinigt haben, sei authentisch, wenn dein Ziel Erfolg ist, wie Carla sagt, dann muss das nicht ganz oben stehen. God damn it. Ich lerne eine Menge heute. Okay, das heißt, wenn Erfolg, ja, da müssen wir Erfolg definieren, wie du auch schon gesagt hast, Carla, ist es finanzieller Erfolg oder dass deine Bücher viel gelesen werden. Ich erinnere mich, als ich wollte, dass Mara viel gelesen wird und das durch die Buchhandlungen und den Verlag nicht funktioniert hat, habe ich mir gesagt, so, dann sage ich es jedem Einzelnen, dass ich ein Buch geschrieben habe. Du hast jetzt keinen, du hast keinen schlechten Verlag jetzt, du hast keinen schlechten Verlag. Ich habe jetzt einen guten Verlag, ja, das stimmt, aber der war auch vorher nicht, Moment, Stopp, der war auch vorher nicht schlecht, es war nur vielleicht in manchen Bereichen einfach der falsche und das ist schon nochmal ein Unterschied, ich hatte auch schon schlechte, aber das war einfach nur der falsche. Das ist alles, alles, ja, nur, du weißt, was ich meine. Verschieden gut. Genau, verschieden gut. Und, aber was du gerade sagst, den Erfolg zu definieren, da sind wir wieder genau bei dem Problem, dass nichts gleich ist, weil selbst diese beiden Aspekte, finanzieller Erfolg und viel gelesen werden, sind auch nur zwei Arten von Erfolg. Ich persönlich definiere als Erfolg, dass ich wirklich tun kann, was ich will, was eben bei mir aufgrund einer kleineren Reichweite möglich ist, weil mir niemand in die Speichen greift. Und alles, ich kann wirklich alles tun, was ich will, das ist so mein Gefühl und das ist das, was ich als Erfolg definiere. Was definierst du? Aber das muss jeder für sich selber gucken, also ich habe aber auch, ich bin natürlich auch so eine Art von Mensch, die natürlich auch für jede Woche und für jeden Monat und für jedes Jahr eine eigene Zielerreichungsliste hat. Was? Ehrlich? Und diese Werte immer neu ausgerichtet werden und man dann guckt, wenn man was erreicht hat, wie hat man das erreicht, in welcher Geschwindigkeit, durch welche Maßnahmen, möchte man es auf andere Bereiche auch anwenden und und und. Carla, warte, warte, schreibst du das auf und das steht dann an der Wand oder so und machst dann so Post-its? Ich meine das gar nicht, wenn das jetzt hier ohne Schriebe kommt, ich meine das ernst. Ja. Das machst du? Ja. Wow. Ich habe auch, kennst du positive Affirmationen? Ja klar. So, dass man sich schon sagt, also in drei Jahren habe ich dieses Bild von mir und dann kann man so Moodboards machen, mein Haus, meine Villa, mein Boot, mein eigener Verlag. Okay, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, denn ich hatte, immer wenn ich mir so eine Sache ins Kopf gesetzt hatte und die sehr zielgerichtet verfolgt habe, hat es in meinem Leben eigentlich geklappt. Ja, also ich wollte in einem bestimmten Alter im Fernsehen eine exponierte Rolle unbedingt haben und das habe, ich habe wirklich alle Dinge, die ich tue, danach ausgerichtet, nicht unbedingt egal, was es ist, ja, also aber, dass es schon meinen fragwürdigen Talenten entsprechen. Ich wollte unbedingt, dass es Mara als Film gibt. Ich wollte unbedingt, dass es dieses Buch, diese Buchtrilogie gibt. Ich wollte, dass es drei gibt. Ich wollte, dass es Ghostwriter gibt und so weiter. Also die Sachen, die erfolgreich waren in meinem Leben bisher oder im Leben auch der Firma, waren immer die, wo ich gesagt habe, das wird klappen. Und es waren erstaunlicherweise meistens nur die. Es waren ganz selten diese Dinge, wo du sagst, oh, eine schöne Idee, die liegt dann irgendwie rum und plopp, plötzlich ist sie da. Gab es auch, aber viel weniger. Es waren nicht immer die, wo ich mit aller Kraft und aller Macht, die mir zur Verfügung stand, gesagt habe, und das muss sein, weil das ist geil und ich will das machen. Insofern kann ich es nachvollziehen. Trotzdem habe ich jetzt ein bisschen Angst vor dir und der Wand, die da ist, wo wir nicht hingucken können. Das zähl ich mal an. Das ist voll mit so Zettelchen und so Wollfäden und Leuten, die dabei stören, die so durchgestrichen sind. Sind wir drauf auf der Wand? Christian und ich? Ich will es gar nicht wissen. Christian, deine, ja. Alles zu Christian, nur noch kurz, das ist ja genau das, was Christian sagt, weil man eben sich dieses Bild baut und sagt, okay, jetzt bin ich vielleicht auf dieser Stufe, aber irgendwann wäre ich gerne das und das. Das ist ja immer die eigene Form von Erfolg. Manche wollen gerne zehn Kinder haben, manche wollen zehn Bestseller haben. Feel free oder manche wollen halt gar nichts, was dem gesellschaftlichen Erfolg entspricht haben, sondern sagen, glücklich sein wäre auch schön. Das gehört ja zu diesem Bildbauung. Glücklich sein. Also Christian, bei dir klingt es nach glücklich sein. Ja, da drin habe ich gegenwärtig sehr ausgeprägte Talente. Generell holpert das manchmal ein bisschen, aber es geht um Zufriedenheit. Es geht wirklich um Zufriedenheit. Und das Schöne dabei ist, die Authentizität führt dazu, dass ich eben aufgrund dieser Qualität auch geschätzt werde von Menschen, wie ich schätze. Und das schafft Möglichkeiten von Zusammenarbeit auf Augenhöhe, bei der es eben interessanterweise um die Sache an sich meistens geht. Okay. Ich fasse also zusammen. Authentizität kann nur eines der Ziele sein oder ein Teil dessen, was man erreichen möchte. Es kommt darauf an, was man erreichen will. Also das Einzige, was wir bis jetzt als Konstante irgendwie hingekriegt haben, ist, werde dir klar darüber, was du willst und agiere entsprechend. Können wir uns darauf einigen? Absolut. Gut. Dann können wir schon eine super Coaching-Reihe dazu aufmachen. Ja, ja. Da kannst du jetzt Gedanken tanken, einfach den ganzen Abend übernehmen und darüber reden. Und das immer wieder paraphrasieren. Okay. Gut. Das ist ja schon mal was. Das gilt ja eigentlich ganz für das Leben. Also ich meine, dann bewegen wir uns in einer Meta-Ebene, die, also das kannst du auf alles anwenden. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu Social Media, was können AutorInnen im Netz tatsächlich tun? Eine Website haben, scheint wohl doch ganz sinnvoll zu sein. Christian und ich sind einfach nur zu faul. Wahrscheinlich ist es das. Formuliere deine Ziele. Gibt es noch irgendetwas, was für den Leuten da draus mitgeben können, wo wir sagen, das ist etwas, das ist einfach generell per se mal erstmal eine gute Idee? Ich finde, die Kleidung anzubehalten. Okay. Ja, finde ich auch. Das schafft Vertrauen. Man traut sich, drauf zu klicken. Ja, das ist gut. Gut, es gibt noch eine Sache. Ich finde, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt. Wenn ich etwas verkaufen will, habe ich die Erfahrung gemacht, hilft es, dass das Ding, womit ich was verkaufe, auch noch irgendeine Art von Zusatzinformation hat? So wie es jetzt, ist es unterhaltend, wie es jetzt Christian und mir natürlich leichter fällt? Ja, oder hat es wirklich eine Zusatzinfo? Ist es irgendetwas, eine Kleinigkeit zu dem Buch, was einem passiert ist oder was einen dazu animiert hat, das Buch zu schreiben? Und hier ist es übrigens. Also alle die AutorInnen, die sowas machen, habe ich den Eindruck, bei denen funktioniert das wirklich gut. Da gibt es Leute wie Michael Bierbeck zum Beispiel, ja, der lange Mails zu seinen Büchern schreibt, wo ich wirklich interessante Dinge erfahre, wo ich weiß, wenn ich jetzt nicht auf Social Media folgen würde, wüsste ich das nicht. Und das finde ich wirklich cool. Das ist natürlich auch immer eine Charakterfrage, ob man sowas kann. Aber gerade bei AutorInnen, denke ich, die können ja schreiben. Also warum nicht in Social Media das die Möglichkeit nützen, so es nicht gerade Instagram ist? Schreib doch ein bisschen was und erzähl ein bisschen was. Da bist du ja bei dem klassischen Marketing-Motiv. Es sind eben Geschichten, die Dinge verkaufen. Und genau dafür ist Social Media da, Geschichten darzustellen. Also verkaufsfördernd ist das grundsätzlich schon. Ja. Wenn es nicht zu lang ist, dann ist das andere Ding wieder. Und ich habe noch, das ist eine ganz pragmatische Sache, aber es gibt ja so wie bei den Zeitungen das Ding über dem Knick. Es gibt ja dieses Ding, klicke ich auf mehr Anzeigen und kriege dann erst diesen ganzen Salbader. Es ist extrem krass, wie viele Leute auch von diesen drei Zeilen nur die erste lesen. Also da nochmal wirklich, also zumindest aus meiner Erfahrungswelt ein ganz, ganz klarer Tipp. Bei Facebook, bei Twitter natürlich nicht, aber bei Facebook ist es extrem. Schau, dass in den ersten zwei Zeilen, mindestens in den ersten zwei Zeilen, das drinsteht, von dem du denkst, dass die Leute in irgendeiner Form interessiert und dann kannst du gerne elaborieren. Aber da oben muss es drinstehen, damit die Leute überhaupt sagen, so und jetzt klappe ich die Zeitung überhaupt erst mal auf und gucke mal, was da unten steht. das ist wirklich erstaunlich, wie wenn Leute eine Schlagzeile lesen und sich sofort darüber echauffieren. Ja, aber das ist eine Konditionierung, die letzten Endes aufgrund der Medien, der Gegenwartsmedien so stattfindet. Ich sehe das nicht so. Also ich schreibe manchmal horrend lange Texte und wundere mich, wer das alles liest. Weil ich mache mir wirklich keine Texte. Konditioniert stimmt. Du hast ja die Leute darauf konditioniert, dass jedes Ding, was du machst, ein Gesamtkunstwerk ist und gefälligst auch als solches konsumiert werde. Ja, ich bin schon insgesamt eher kürzer gefasst als du. Bei mir kommt es sehr selten vor, dass ich so lange Texte eigentlich schreibe. Ja, ein Kollege von mir hat mal gesagt, Christian, das könnte man alles mit halb so vielen Worten machen. Ja. Ja, bei mir sagen Leute, das könnte man mit doppelt so viel Hirn machen zum Beispiel. Guck mal, ich habe einen Hund. Ah, klick, 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 like, love, 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 Herz, Herz, Herz. Diskussion gecrasht. Ja, genau. Guck mal, ich habe einen Hund. Kannst du, Carla, aus deiner wirklich sehr wissenden Situation heraus etwas über Posting-Gestaltung sagen? Geht das soweit? Also im Prinzip erreichen längere Texte inzwischen wieder eine größere Reichweite, Weil natürlich die Aufenthaltsdauer dafür länger ist. Also das ist natürlich so, wenn man auch nach SEO-Punkten ermittelt, ist ja, es mag sein, dass zum Beispiel dann wenige Leute auf Christians Beiträge zugreifen. Aber die, die zugreifen, bleiben viel länger. Und das ist ja auch was, was die sozialen Netzwerke normalerweise, also Facebook zumindest, mitmisst. Menschen, die auch lange Beiträge lesen, machen sich dann auch weit mehr die Mühe, natürlich zu liken oder zu kommentieren, weil sie natürlich jetzt, nachdem sie sich das angetan haben, irgendwie 25 Minuten lang sein Post-it zu lesen, auch das Gefühl haben, also jetzt muss ich aber dazu auch mal was sagen. Bei kurzen Beiträgen ist das eher nicht der Fall. Okay. Ja, das deckt sich, ja, absolut, das deckt sich hier mit diesem World Mic-Ding, was wir hier gerade machen zum Beispiel, insofern, als dass die Verweildauer tatsächlich ein ganz relevanter Faktor ist, hier bei Twitch intern. Ja, und somit dann auch für potenzielle Werbekunden, in derer wir keinen einzigen haben. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass meistens die Leute, die hier in unsere Streams reinklicken, fast alle bis zum Ende bleiben und es werden dann immer mehr. Und das ist ein relevanter Faktor, ist auch für YouTube sehr, sehr wichtig. Bei Facebook ist es so, ich mache deswegen zum Beispiel kaum mehr so Videos oder Talkrunden bei Facebook, einfach, weil da dieses rein, raus so unfassbar krass ist. Also da sind Leute eine Sekunde da, gucken kurz, sind wieder weg. Du kannst einfach nur, du machst einfach nur so und hast schon das nächste Video und den nächsten Stream. Und das funktioniert für die Art von Inhalten, die ich mache, nicht so gut, außer bei Christian wieder, weil die Leute ja dezidiert da hingehen, weil du jetzt da was machst. Das ist dann vielleicht auch wieder was anderes. Genau, also da muss man eben unterscheiden. Das ist so, wie möchte ich die Masse mit einem 5-Euro-T-Shirt erreichen oder bin ich Louis Vuitton und verlange 500 Euro und dafür kaufen es aber weniger. So muss man für sich entscheiden. Tatsächlich nehme ich mir auch lieber Zeit für längere Beiträge oder wo ich merke, da hat jetzt jemand wirklich sich Mühe gemacht, weil ich eben auch dann denke, es ist halt nicht so ein 0815-Beitrag, über den ich es drüber strübe. Das drüberkrolle war richtig. Wenn es jetzt um das 5-Euro-T-Shirt oder das Louis Vuitton-T-Shirt geht, würde mich interessieren, was für eine Message drauf gedruckt ist. Ja, bei Louis Vuitton ist Louis Vuitton drauf gedruckt. Insofern, das zählt schon als Message. Ja, das zählt leider als Message. Wie ist denn eure Einschätzung der verschiedenen Plattformen? Das ist noch eine Frage, die im Vorfeld mal aufkam. Was ist für AutorInnen denn eine Plattform? Klar, kommt natürlich wieder darauf an, was für eine Art von Verkaufe der Mensch hat. Mein Eindruck vorweg, ich fände Facebook eigentlich ganz cool für Autoren, wenn Facebook nicht so voller Idioten wäre. Das ist so meine Haltung. Darum finde ich Twitter momentan ganz gut, aber auch nur, weil meine Bubble da wahrscheinlich irgendwie insgesamt recht angenehm und responsiv ist. Und Instagram bediene ich eher weniger. Wie ist denn da eure Einschätzung? Reden wir jetzt nur von diesen drei Kanälen? Welche haben wir denn noch? Deine Meinung, welche noch relevant sind? Rich, TikTok, LinkedIn, Snapchat. Okay, das sind nur die, mit denen ich mich auskenne. Ja, wen willst du erreichen? Geh dahin, wo deine Zielgruppe ist. Ja, das ist natürlich schwierig. Also das ist, ja, das ist schwierig, weil meine Zielgruppen sind unterschiedlich. Also ich könnte da jetzt keine Info daraus ziehen tatsächlich, ja. Und darum würde ich sagen, eben bau dir deine Community. Das braucht Zeit, weil, also die Tatsache, dass ich bei Facebook meine stärkste Community habe, ist hoch irritierend, weil Facebook ist ein großer Haufen stinkender Menschenmatsch in sehr vielen Fällen. Aber wie gesagt, meine Bubble ist was sehr Hygienisches. Ich mag diese Menschen sehr, weil das ist, es ist wirklich sehr konstruktiv. Und ich weiß aber, dass es nicht üblich ist. Also dementsprechend versuche, die Leute zu erreichen und es dir zu bauen, weil ich glaube auch manche Leute sind, also ich habe das schon mehrfach gehört, die Leute schreiben mich immer an. Nein, es gibt wirklich Leute, die nur bei Facebook meinetwegen sind, haben sie mir tatsächlich schon gesagt, weil sonst wären sie da schon längst weg, weil das eben Kinder gaben. Diese Aussage, die Aussage kenne ich gerade jetzt in der Ghostsitter-Geschichte. Da ist einfach Ghostsitter im Moment, obwohl die sehr klein ist, diese Fanpage, so im Moment der einzige wirkliche Info-Anlaufpunkt. Ja, das hat natürlich auch wieder damit zu tun, dass Amazon Music und Audible so etwas bisher nicht bieten, was sie dringend tun sollten, finde ich übrigens nebenbei bemerkt, weil sie einfach überhaupt nicht diese Community in irgendeiner Form aktiviert bekommen für andere Dinge, was schlau wäre, wenn sie das täten, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, Leute, die meine Hörspiele gehört haben und wir sind eines der erfolgreichsten Hörspiele im deutschsprachigen Raum, es ist wirklich unfassbar geil und ich freue mich jeden Tag 20.000 Mal, die wissen nicht, dass es jetzt ein Ghostsitter-T-Shirt gibt, zum Beispiel. Ja, darum habe ich dann irgendwann mal in so einem Frequently Asked Questions-Ding hinter einem Hörspiel als Bonus-Track gesagt, ach übrigens, es gibt eine Facebook-Seite, damit Leute da mal hinfinden. Und tatsächlich hatten wir wenige Tage später irgendwie 1.500 Leute mehr, was für diese Seite relativ viel ist. Oh, darf ich da kurz nochmal, während du das sagst, ein kleines neues Fass aufmachen, was wir dann vielleicht auch geöffnet einfach zur Seite schieben. Aber es ist tatsächlich meines Erachtens auch wichtig in Bezug auf Social Media eben Kommunikation und den Menschen, eben der Community, die Möglichkeit zur Kommunikation zu geben. In meinem Fall funktioniert das, weil ich habe bei so einem Stream, den ich bei Facebook mache, zwischen 50 und 150 Leute. Das heißt, ich kann mit den Leuten kommunizieren. In dem Moment, wo es eben Tausend sind oder mehrere Tausend, ist das erledigt, funktioniert es nicht. Schaut euch mal bei Switch den Kanal von Gronkh an, was da in dem Chat ist. Das macht einfach... Ja, und also dementsprechend, es ist aber meines Erachtens ein wichtiges Thema. Für mich ist diese Kommunikation wichtig, aber ich kann es eben leisten, weil es überschaubare Zahlen sind. In dem Moment, wo es nicht mehr überschaubar wäre, hätte ich ein Problem, weil diese Kommunikation für mich essentiell ist. Also ich finde aber, wenn man über Social Media spricht, ist die Option auf Kommunikation mit dem Fandom oder wie immer man das nennt, definitiv ein Thema, das berücksichtigt werden muss. Also man muss sich zumindest überlegen, wie man mit den Leuten umgeht und umgehen will. Zurück zu Carla definitiv, denn die hat ganz viele Social Media Plattformen genannt, die ich bisher tatsächlich auch noch nicht wirklich bespielt habe. Also LinkedIn habe ich kein Profil, Snapchat habe ich, glaube ich, auf dem Handy, aber noch nie wirklich angeguckt. TikTok habe ich mir mal ein Profil gemacht, einfach um mein Profil zu sichern. Aber das war es ja schon. Würdest du, Carla, würdest du dazu raten, dass man auch da überall einmal seinen Klarnamen oder seinen Künstlernamen einmal eingibt, damit der mal... Ach, muss man eben gucken. Deswegen sage ich, ich gucke, wo deine Zielgruppe hingeht. Jetzt ist der Snapchat und TikTok sehr jung und die wollen halt massiv Unterhaltung haben. So, ich kann sowas nicht. Ich erstarre vor Peinlichkeit, wenn ich im Bikini zu einem Jennifer Lopez-Song vor meinem Kleiderschrank tanzen soll. Das würde ich jetzt nicht hinkriegen. Aber das ist ja so das TikTok-Ding. Von daher weiß ich, ich brauche mir da auch kein Account machen. Weil das also so... Nein, never. Aber ich habe auf Instagram eine andere Zielgruppe als auf Twitter, als eine andere auf Facebook. Tatsächlich die ganzen beruflichen Kontakte auf LinkedIn. Ich erreiche nochmal andere Leute, also mit auch die Leute, aber nochmal auch wirklich ganz andere Leute, die mein Newsletter abonniert haben, die auf keinem sozialen Netzwerk sind. Und von daher sehe ich schon... Also, weil wenn, dann möchte ich es auch richtig machen. Ich finde das ganz wichtig, dass man sagt, das ist Social Media. Wenn die Leute, die über diese Plattform eine Nachricht schreiben, wenn die dich liken, wenn die ein nettes Kompliment schreiben, finde ich, habe ich die Pflicht, mich darum zu kümmern. Ich muss auch, und das macht der Christian eben dann vorbildlich, ich muss das auch moderieren. Das heißt, ich muss die Leute, die mich da gern haben oder die sagen, hey, ich lese gerne deine Literaturtipps, zum Beispiel finde ich, bin ich verpflichtet, frei von Arschlöchern zu halten. Ja. Dass ich die, die da kommentieren, weiterhin wohlfühlen und sicher fühlen kann. Gerade, wenn ich auch mal politische Themen anspreche. Aber eben mich auch nett zu bedanken oder wenn die sagen, Mensch, irgendwie vor vier Tagen hast du ein Buch vorgestellt, es tut mir leid, ich habe mir keinen Streamshot gemacht, kannst du es mir nochmal sagen, dass ich mich auch da kümmere. Das muss man leisten können. Das muss man seelisch leisten können. Das muss man arbeitstechnisch leisten können. Und, und, und. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vorher überlegen, weil natürlich, je besser man sich um diese Community kümmert, desto kaufkräftiger ist sie natürlich auch. Wenn man das so berechnet sehen möchte, aber sollte man vielleicht zumindest wenigstens mal einfach den Gedanken da verschwenden. Man muss es ja nicht laut aussprechen, außer hier in diesem Stream. Naja, es sind aber auch die, die dich ja dann auch wirklich, wirklich gern haben, die auch deine, wenn Christian einen stundenlang Beitrag schreibt, die sich das durchlesen werden, weil ihnen das wichtig ist, was Christian zu einem gewissen Punkt denkt. Das ist ja, Reichweite ist ja auch Kaufkraft irgendwie, ne, Aufmerksamkeit. Welche, die einfach so irgendwie Massenware sind, die würden sagen, spinnt der irgendwie, schreibt irgendwie länger als zehn Zeilen, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe ein ganz großes Problem damit, jetzt gerade, dass ich den ganzen Leuten, die mir eine PN zum Geburtstag geschrieben haben, unmöglich antworten kann. Das ist einfach nicht möglich. Das ist, man kann ja die PNs nicht mehr abschalten beim privaten Profil. Zumindest habe ich es nicht gefunden, weil Facebook gerne möchte, dass das geht. Und das sind wirklich, ich glaube von, in dem privaten Profil habe ich ja gar nicht so viele Kontakte, aber ich habe irgendwie den Eindruck, die haben alle geschrieben und teilweise so nette Sachen. Aber es ist wirklich so, dass ich da 60 Sekunden lang so machen kann. Und ich weiß nicht, was ich da machen soll, weil ich hier irgendwie, letztes Jahr habe ich es noch geschafft. Ich habe so eine Woche oder so habe ich gebraucht und habe immer mal wieder geantwortet. Aber du hast doch, du hast doch einen sehr charmanten Kollektivkommentar geschrieben. Von dem ich hoffe, dass er von allen gelesen wird. Trotzdem ist es dann so. In der Social-Media-Netikette ist das ausreichend. Ja. Du kannst natürlich auch, also ich habe, obwohl es bei mir halt leider, oder nicht leider, aber eben sehr bekannt ist, meinen erst mal aus den meisten Profilen rausgenommen, damit eben das nicht mehr passiert, dass die Leute nicht mehr aktiv benachrichtigt werden. Gratuliere jetzt der Ollen mal zum Geburtstag, weil das ist ja für die auch immer blöd so. Deswegen habe ich das rausgenommen, weil eben, wann war es vor zwei Jahren, waren es 800. Ja, irre. So, dann habe ich, das ist, also nee, geht nicht. Auch wenn die es alle nett meinen, Geburtstag rausgenommen, diese Benachrichtigungsfunktion, dass jemand Geburtstag hat, rausgenommen. Und ich finde, dieser eine Kollektivkommentar, auch wenn man, ich weiß nicht, den deutschen Buchpreis gewonnen hat, ist es auch völlig in Ordnung, nach einer Woche zu schreiben, Leute, hier stirbt es gut. Aber super, vielen Dank. Und natürlich, irgendwann werde ich das alles lesen und an euch denken, wenn ich irgendwie in meinem Geldspeicher war. Ja, weißt du, dann klicke ich irgendwie auf irgendjemanden drauf, mit dem ich schon lange keinen Kontakt mehr hatte und sehe, der hat mir viermal zum Geburtstag gratuliert, ich habe kein einziges Mal. Oh, und das ist mir dann so unangenehm. Weißt du, was noch schlimmer ist? Ich habe mal vor zwei Jahren mein Facebook-Profil aufgeräumt, weil ich irgendwann halt so viele, die einen abonniert und befreundet haben, dass man irgendwann ja, die kennt man ja gar nicht mehr. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, um mal aufzuräumen und wieder Platz zu machen. Und von diesen 5000 Leuten waren sechs schon verstorben und ich habe es nicht mehr mitbekommen. Ja, ist es nicht. Ja, ja, aber nachvollziehbar. Also, aber du hast doch gar keine, oder ich habe sie nicht gefunden, hast du denn auch so eine Original-Fan-Page irgendwie mit der Buchkolumne oder hast du wirklich nur das private Profil, Carla? Ja, und halten, aber die ist relativ klein, die hat halt nur 13.000 Fans. Ach so. Ich habe die, ich habe die, ich habe Buchkolumne eingegeben, um dich zu markieren und die wurde mir nicht angeboten. Das klappt mit dem Markieren, klappt manchmal ja nicht. Und, aber die läuft auch nicht besonders gut. Also, 13.000 Fans würde ich mal sagen, das ist schon, gerade für Autorenbereich. Ihr reicht es ja heute nicht mehr. Alles klar. Also von daher, ja. Christian, unterscheidet sich dein privates Profil von deiner offiziellen Page und wenn ja, wie sehr? Ich bin in Gedanken immer noch bei der Frage, ob es mir was nützen würde bei TikTok im Bikini zu Jennifer Lopez vor mir. Die Antwort lautet ja und jetzt bitte meine Frage beantworten. Ja. Carla und ich finden ja. Es unterscheidet sich insofern, als dass ich Sachen auf beiden Dingen teile, die mit beiden zu tun haben, auf der privaten Page, aber eben solche Sachen wie meine geklauten Fahrräder und sowas eher thematisiere. Ah, okay. Das würdest du jetzt auf die offizielle Page nicht packen, tatsächlich? Ja. Ja. Also da unterscheide ich, weil das eben, die offizielle Page hat auch mit Veröffentlichungen zu tun, mit künstlerischen Sachen, mit der Ansage, also zum Beispiel die Ansage, dass ich jetzt heute hier mit euch das Vergnügen habe, mich abwürgen zu lassen, wenn ich von meinem Bikini rede, habe ich auf beiden Seiten gepostet. Ah. Mit Verweis auf den Bikini und deinen Flugs-Kompensator. Das kommt am Ende auf die private Seite. Ja, verstehe. Du, also... Kann ich jemanden von den mitlesenden Nerds, die uns hier gerade zugucken, bitte ein Meme machen von Christian und Jennifer Lopez, Musik im Bikini. Ja. Ich bezahle dafür auf Patreon auch Geld oder so. Ich nicht übrigens an der Stelle. Ich möchte es einfach nicht sehen. Muss ich ganz, ich muss einfach ganz klar sagen, ich möchte es nicht sehen und zwar deswegen, weil ich weiß, ich werde es sehen und jetzt schon das Gefühl habe, es gesehen zu haben. Man muss der Vollständigkeit halber einfach wirklich sagen, ich habe ja letzten Endes meine Karriere als Jennifer Lopez-Double begonnen, bevor sie sich so sehr verändert hat. Ja. Und du warst wirklich, du warst, ich fand, du warst besser. Du hast uns ja auch verwechselt, das eine Mal. Ja, ja, genau. Genau, das stimmt. Und wollte dann mit Jennifer Lopez diese Hörspielserie schreiben. Exakt, sie war ein großartiger Gartengnom. Sie war wirklich ein richtig guter Gartengnom, aber der Bikini hat ihr nicht gepasst. Das sind die Mysterien des Internets. Damals, als Jennifer noch eine Glatze hatte, war sie real, real, schreibt Kaspar David Niedlich. Ja. So, kommen wir bitte tatsächlich noch einmal zu dem zurück, was ich eigentlich mit diesem Gespräch vorhatte, nämlich Leuten konkrete Tipps an die Hand zu geben. Ich glaube, auf eine Art haben wir das tatsächlich auch gemacht. Also, wir sind nicht total weg davon, nur die Zielsetzung ist eigentlich eine andere geworden. Weg von so einem einfachen Drück diesen Knopf, dann kommt das unten raus hin zu einem, werd dir klar, was du möchtest, bediene das, was du denkst, was es ist, was du willst. Wobei wir da natürlich wieder zurück zu diesem Ding kommen, was man aus dem Filmdrehbuch kennt, nämlich eine Figur möchte meistens etwas am Anfang des Films, es ist aber nie das, was sie wirklich braucht. Und ich glaube, das ist vielleicht eher etwas, was Menschen wie Carla vielleicht diesen Leuten vermitteln können. Dazu muss man sich, glaube ich, aber hinsetzen und die Einzelpersonen nehmen. Was möchte diese Person und was ist das, was diese Person wirklich braucht? Letztendlich schon, um vielleicht auch das, was sie haben möchte, damit zu erreichen, aber eben auch, was ist etwas, was diese Person im Internet gut tut? Und ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht darauf einigen können, dass alle über einen Kamm geschert werden können. Sondern du musst dir jede einzelne Person einzeln angucken, jeden Kunden, jeden Verlag, jeden Autor, jede Autorin. und dann rausfinden, was braucht sie, was möchte die Person und was braucht die Person. So macht überteuerte Beratung auch viel mehr Sinn. Und ich glaube, und ich glaube tatsächlich, überteuerte Beratung ist tatsächlich ein Weg, der möglich ist, aber andererseits lohnt es ebenso, gegen Wände zu laufen, bis man den Weg findet, wo weniger Wände sind. Nee, bis die Wand, also wie jetzt im Fall vielleicht von Mara und der Feuerbringer, bis die Wand aufgibt, weil sie sagt, der Typ hat sie doch nicht mehr alle. Da war es wirklich die Wand, die dann irgendwann aufgegeben hat. Ich bin dann natürlich gegen eine weitere gelaufen, mit der ich nicht gerechnet hatte, aber das ist tatsächlich so. Also wir haben mal ausgerechnet, dass wenn jetzt alle Leute, die Mara 1, 2, 3 gelesen haben, wenn die in der ersten Woche Mara 4 kaufen würden, was wahrscheinlich nie im Leben passiert, weil es schon ein Kommunikationsproblem ist, dann hätte ich einen dermaßen gigantischen Bestseller, und zwar wirklich in der normalen Belletristik, dass alles zu spät wäre. Das wäre der Hammer. Es scheitert nur daran, dass ich diese Menschen nie erreichen werde. Wie soll ich 120.000 Menschen mit einer Facebook-Seite von 18.000 Reichweite erreichen, die ich auch nur erreiche, wenn ich 400 Euro investiere? Ich würde dir vorschlagen, bei TikTok im Bikini zu Jennifer Lopez, aber ich meinte das vollkommen ernst. Die Möglichkeit der Beratung, jemand, der dich durch die Wände, zwischen den Wänden durchführt, ist genauso eine Möglichkeit, wie gegen die Wände zu rennen und rauszufinden, welche nachgeben, welche nicht nachgeben und wo du lang kannst. Also es gibt für jeden da einen Weg, den er selber rausfinden muss. Es wird wieder alles relativiert. Okay, dann Carla. Also theoretisch ist es ja durchaus möglich, wenn du die Daten deiner Käufer vorher gecheckt hättest über deine Webseite und deine Social-Media-Kanäle, die ja entsprechende Schnittstellen haben, dass du exakt diese Kunden mit einem gezielten Content-Marketing wieder sozusagen an die Reihe bindest und doch erreichst. Ich möchte es nur mal gesagt haben. Ja, ja, ich verstehe schon. Es sind ganz viele Schüler von siebten Klassen, Gymnasien quer durch Deutschland verteilt und Leute, die auf Conventions gehen. Ja, aber die haben ja auch Internet und wenn die schon mal mit dir in Kontakt waren und du Herr deiner Kanäle wärst, könntest du die ja wieder erreichen. Ja, eine Homepage wäre einfach ein guter Ansatz. Ich glaube, damit beschließen wir es. Es wäre vielleicht echt eine gute Idee, wenn wir alle mal eine Homepage machen würden, Christian. Dann sind wir wieder am Anfang. Das ist aber auch der Basisste Rat, den man überhaupt jemandem im Internet geben kann. Wie mache ich es als Autor und Autorin im World Wide Web? Mach doch mal eine Homepage. Aber im Subtext darf auch mitschwingen oder lass es sein. Nein! Nein! Einfach nur, Leute, in Gottes Namen, mach doch wenigstens mal eine Homepage und schreib deinen Namen richtig. Okay, also ich glaube tatsächlich auch, wenn ich natürlich das... Oh, hoppala, hier geht gerade was ab. Hier werden Abos verschenkt. Was? Hier werden Abos auf Twitch. Das ist die Währung auf Twitch. Abos. Okay, dann muss ich das tatsächlich noch sagen, weil ich vergesse das immer und meine lieben Kollegen in Irland, die sagen, Tommy, mach das doch ab und zu. Und sie haben recht damit. Ihr könnt diesen Kanal abonnieren. Genau. Und ihr könnt vor allem, wenn ihr ein Amazon Prime Konto habt, könnt ihr das verknüpfen mit Twitch und dann bezahlt sozusagen Amazon Prime euer Abo hier. Und ihr müsst gar nichts bezahlen und kriegt trotzdem alle Päckchen umsonst geschickt. Also damit tut ihr uns tatsächlich einen Gefallen, weil wir dann coole Sachen machen können und vielleicht noch coolere als die, obwohl das kaum mehr möglich ist. Ja, darum sei das hier einmal gesagt. Unterstützt gerne und wir freuen uns immer einen Ast oder auch fünf. Carla, Christian, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch da mit mir durchgequält habt. Und Carla, ich würde so gerne irgendwann mal vielleicht auf einen Kaffee zu dir kommen, um diese Profiler-Wand von dir selbst zu sehen. Einfach nur, um zu wissen, ob das wirklich stimmt. Und ich möchte wissen, ob Christian und ich ein Foto darauf haben und ob es durchgestrichen ist. Das würde mich persönlich interessieren. Möchte Christian, da weiß ich eh, dass er es machen will und auch tun wird. Aber Carla, möchtest du vielleicht noch ein paar nette Worte auf Esperanto am Ende sagen? Ich habe einen Hund. Wer möchte, kann ihm auf Instagram folgen. Teppere Matisse. Und abonniert mein Newsletter. Es gibt auch einen Rabattcode. Besser hätte man es nicht machen können. Übrigens wurde das hier immer mal wieder eingeblendet zu deinen Infos. Also die Buchkolumne.de, Twitter, Instagram Buchkolumne, Carla, Paul, Facebook und so weiter. Haben wir immer mal wieder gemacht. Vielen Dank übrigens da an MacDrock, TheRhythmDoc, der Typ, dessen Namen ich aussprechen kann, der sich seit vielen, vielen Wochen jetzt schon darum kümmert. Vielen, vielen Dank. Christian, deine letzten Worte für heute Abend. Ich habe es ja nicht so mit Worten darum. Ist genug. Das machst du nur, weil ich dir jetzt das Wort erteilt habe. Deswegen machst du das. Nee, du hast mir schon sehr oft das Wort erteilt und dann war ich dafür verantwortlich, was, nein, 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 das ist, nimm du es. Nimm du das letzte Wort und gib ihm Bedeutung. Lass es gedeihen. Lass es sprießen in den Ohren derer, die zu hören in der Lage sind. Dann sage ich, was ich immer schon mal live im Internet sagen wollte. Genieselback. Vielen herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Da reden wir über Toxic Fandom mit Hoaxzilla und Meirich Stritter von Orkenspalter unter anderem und mit Sven Vössing, den viele von euch bestimmt auch aus der Cosplay-Community kennen. Und das wird sehr, sehr spannend. Danke, Carla. Danke, Christian. Folgt diesen beiden großartigen Menschen auf allen Kanälen. nur nicht zu Fuß, dann wird es creepy. Vielen Dank. Ihr bleibt bitte noch im Zoom und ich verabschiede ihn schon mal. Auf Wiederhören sehen. Winken. Jetzt der Moment. Jetzt wird gewogen.